Hallo liebe Muzzis, kurze Durchsage und danach geht es gerade los mit der Folge. Meine Tour Zero ist jetzt am Start. Kommt vorbei, ganz viele Termine, geht schauen, wo ich bin, buchen Tickets, bevor es zu spät ist, Triads sind durch und es wird eine richtig geile Show mit grossartigen Support-Acts. Teddy Hall, Leila Ladari, Benjamin Deylae und Matteo Gutenrath. Also, kaufen Tickets auf www.joel-von-mutz-en-becher.ch Bevor es zu spät ist. Und jetzt viel Spass mit der aktuellen Folge. Es ist sehr gut, die Puppet jetzt einfach mal. Ja, da bin ich erst gesessen. Dort bin ich erst gesessen, jetzt weisst du Bescheid, Helden. Dort habe ich gestern markiert. Und das ist der Scherz. Lohnt sich die neue Folge? Die neue Folge lohnt sich in dem Sinn, dass wir in wahrer Endstation-Manier mit, ich würde sagen, nicht einmal einen halben Prozent Fachwissen, etwa fast 90 Minuten über die Wahlresultate am Sonntag gemacht haben. Und zwar auf einem Niveau, wo es halt wirkt. Also auf einem Niveau, wo eine Sexschülerin wahrscheinlich dort sitzt und sich denkt, okay gut, das kann ich besser. Hast du nicht Angst, dass Leute das dann als wahre Information nehmen? Ah, nehmen sie es ja auch. Aber du weisst ja, Leute, die unseren Podcast hören dürfen, sie haben zwar eine Hälfte eh, das ist ja wie so, das ist eh, da sind mir noch die am wenigsten schlimmen Informationsquellen. Weißt du, was ich meine? Der Podcast, der irgendwie darüber redet, dass die Grünen den Sitz verloren haben, weil sie Klimakleber nicht verurteilt haben, was meiner Meinung nach Fakt ist, die haben fünf Sitz verloren, sie haben die allerbesten Argumente. Die Grünen haben politisch gesehen die besten Argumente. Sie argumentieren effektiv mit Fakten, Heimfall, die Welt geht unter, wir haben Plastik im Meer, es wird heißer. Es ist alles so, es ist nicht debattierbar, dass es passiert. Und sie verkacken ihr Image so hart, indem sie mit einer Rivella-Fähne vor der Gotthard sitzen. Beziehungsweise nicht sie, sondern Leute, die das machen, sagen sie dann ja, finden wir eine gute Sache. Und ich habe mir gedacht, gut, da müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr Sitz verliert. Es ist so, dass ein Niveau ist es halt gewesen. Der Moritz hat versucht zu erklären, dass die SVP gar nicht für die Bützer ist, sondern mit China und Russland grosse Firmenbeziehungen aufgebaut. Und ich habe halt dreimal darauf angesprochen, was er dann genau damit meint, dass wir es nicht erklären können. Es ist so, es ist so das gefährlichste Halbwissen, was ich meine. Es ist so ein Halbwissen, das wir lebenslänglich bekommen würden, wenn es vor Gericht wäre. So ein ganz gefährlicher Halbwissen haben wir ausgepackt. Aber man kann es rausgehauen, das ist aber das Schöne. Das ist ja schön, in der Folge vor Ort haben wir relativ lange über Jesus geredet. Und das ist auch irgendwie gut angekommen, von dem her. Ist er immer noch dein Saviour? Mein Saviour ist er in dem Sinne nicht. Ich bin nicht Tyson Fury religiös, dass ich nach meinem Auftritt in den Himmel zeige und denke, Jesus Christ is my Lord. Für mich geht es eher um die Story. Mir geht es eher um den Symbolismus, um mein Glauben resultiert um die Metastories aus der Bibel. Beispielsweise, wir haben letztes Jahr Folge über Zeitreisen, ob wir Zeitreisen würden. Und ich habe gesagt, wenn wir so Top 3 Zeitreisen-Momente hätten, wären natürlich Dinosaurier, Hitler und... Hitler muss dabei sein. Und einer davon wäre tatsächlich, ich würde aufs Datum zurückreisen, wo Jesus am Kreuz gewesen ist. Zum schauen, ob er effektiv... Weil, weisst du, ich meine... Ob er effektiv durch ist. Ob er effektiv durch ist, weil die Story ist ja so hart, die hat einfach die ganze Menschheit sie dann massiv prägt, die ganze Welt prägt, bis heute. Und ich bin jetzt nicht so, hey, sitzt ein alter Mann im Himmel, der uns einen 7-Tag gemacht hat. Das ist, ich bin sehr, sehr fest Team Evolution, sehr fest Team Science. Ich glaube aber trotzdem, es gibt eine spirituelle Seite vom Leben, wo man durchaus auch in anderen... in anderen Erklärungen gehabt hat als Karma, Universum, was auch immer. Also es gibt ja ganz viele Leute, die an ein verschiedenes glauben. Es gibt auch die Leute, die sagen, oh, so das Ricky Gervais-Argument von ich bin Atheist. Das heisst, ich glaube einfach an einen Gott weniger als du, weil es gibt 3'000 Gottheiten. Und ich mir denke, das ist alles für mich, ob Krishna oder Buddha oder Allah oder Gott im christlichen Glauben, geht für mich alles in die gleiche Richtung. Es ist für mich alles gleich ein Symbol für etwas, was höher ist als man selber, wo man sich daran orientieren kann, wo man einem hilft. Auch auf eine gewisse Art und Weise, gewisse Probleme, wo man selber vielleicht nicht psychisch bewältigen kann. Sagen, okay gut, ich outsource das ein bisschen. Genau, das macht der Mensch ja geil. Ich sage so ein bisschen, oh, das sollte nicht sein. Fakendo, Ave Maria, ich opfere jetzt meinen Mut, ich hätte diese Stelle nicht sein sollen. Meine Mutter ist gestorben und ich sehe die Lektion drin, dass meine Mutter ist gestorben. Aber es ist so, wenn schlimme Sachen passieren, ist der religiöse Ansatz so, demütig zu sein und sich zu denken, es stimmt schon, weil der Plan ist grösser als ich. Und ich glaube, das ist einfach ein grosser, sehr spiritueller, über Jahre verzwirbelter Coping-Mechanismus der Masse. Und mir hilft er ab und zu. Das ist ja absolut fair. Ich habe vor einer Woche oder so, zwei Wochen, ich bin gar nicht begrüsst, aber ja. Nein, ist doch egal. Du machst ein Intro, du hast ein Intro darüber geballert. Das ist schon gekommen. Ah. Nein, ich mache das zuerst und jetzt kurz das Intro. Du sagst nicht. Ist ja immer noch dein Saviour, Jo. Also gehen wir gerade tief in die Materie. Viertel oder Zehn Uhr morgens, Matteo ist verschlafen, den Mutzibecher in der Hand und Filmarbeit. Nein, vor zwei Wochen oder so bin ich aus dem Haus. Ich bin natürlich ein bisschen zu spät gewesen, das heisst, ich musste recht schnell laufen. Aber der Kunde, so ein Dude, er ist nicht homeless gesehen, aber die Strasse ist nicht weit entfernt. Ja. Und das er, hey. Dritte Mahnung. Dritte Mahnung auf der Miete. Mehrmals an droht, zu betreiben. So, Hartz 3. Ja, Hartz 3. Und dann so, hey. Und ich so, hallo. Und dann, äh, darf ich, sorry, ganz kurz, darf ich dir etwas sagen? Und ich so, ja. Du bist mega geiles Style. Und ich so, okay. Jesus Christ, Alter. Hat er grauen Star gehabt? Die so, danke vielmals. Und er so, auch die Sonnenbrille. Mega geil. Kennst du die von dem Salt Bay? Die ist so ein bisschen ahnlich. Und ich so, mhm, okay. Ja, alles klar. Und er so dann wirklich auch, hey, das T-Shirt, was ist das? Das ist mein Match. Und ich so, ja. Von so einem Comedian. Dann habe ich so, ja, das ist doch cool, gell. Und er so, ja, mega. Und er ist schon weggegangen. Und er so, hey, noch etwas. Glaubst du an Jesus? Und dann habe ich so, äh, und dann habe ich schon gesehen, wie sich die ganzen Minos so ändern. Und er ist so ein bisschen so, mhm. Und dann habe ich gedacht, habe ich gefunden, ich sage es diplomatisch. Also, ich weiss, dass es einen Geh hat. Und dann auch, Mameel, Mameel. Und dann ist er schon weitergelaufen. Hu, Alter, du warst der erste Mensch, der von einem radikalen Christ 2023 in der Schweiz zusammengeschlagen wurde. Ich habe es schon gesehen, ich habe es schon gesehen, ich habe es schon gesehen, vor welcher Parkplatz. Wenn man etwas weiss, im ganzen Glauben, wenn man etwas weiss, dann nicht, ob es den Motherfucker gegeben hat. Das ist so. Doch, historisch glaubt man, dass es einen Geh hat. Ah, es hätte tatsächlich eine Figur sollen geben, wo... Genau, aber er hat wahrscheinlich nicht Wasser zu Wein gemacht und hat es mehr geteilt. Aber, äh, historisch, wahrscheinlich auch nicht ganz zu der Zeit, wo wir von Null an rechnen. Mhm. Aber... Nimm mich mal an, dass damals die Rechenschieber noch ein bisschen... Noch ein bisschen, äh, 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 äh... Zunneuhr. ...Fehlerquote gegen Auf und Ab und Ab und haben sie gefunden, dass ich einen Heimfall. Wir wissen einfach nicht, ob es genau 365 Tage waren, weil wir hatten noch keinen Google Calendar. Aber, ähm... Es gibt das grossartige Louis-Bit. Über Jesus und das Wasser? Nein, über die Zeitrechnung, vor Jesus. Weißt du, wie Leute rumlaufen, so... Minus free! Now we're at minus free! Der Louis ist anbietend, Alter. Er ist wirklich von seiner silliness... Von seiner dummen... Seine silly Bits sind das Geilste. Seine dummen Gedanken, die er dann aber einfach so unendlich lange weiterspinnt. Also er ist wirklich, wirklich, wirklich im Olymp, Alter, aber ganz wieder oben. Er ist wie das 9-11-Deniers, kennst du das? Nein. Wo er mal am Radio irgendwie kommt, irgendwie, es hegen sich 9-11-Deniers, es hegen sich für einen Protest irgendwie getroffen. Und ich glaube, seine Tochter versteht es falsch. Also einfach wegen... Es sind 9, wo die Zahl 11 denier. Und dann macht er 5 Minuten über das. Weißt du, wirklich, wie es das zu sagen? Ja, ja. There's 8. There's 9. There's 10. Und dann irgendwie... Aber there's 12. There's 12. There's one... One teen. One teen, Alter. Es geht nicht 11. Es ist auf Zahl 11 existiert. Der 9-11-Deniers, Alter. Das so Züge finde ich schon großartig. Ja, das finde ich wirklich... Auch das Bit, wo er erzählt, wo er das erste Mal gesehen hat, wie jemand schiesst, weil er aufs WC gegangen ist. Und wenn du Kinder hast, lassen sie dich nicht in Ruhe. Ja. Und er ist halt aufs WC gegangen. Und seine Tochter ist halt vor ihm auf dem WC halt rum. Wie halt das kleine Kinder halt macht. Sie lassen ihn nicht in Ruhe. Du kannst vergessen, dass du alleine aufs WC gehst. Und er sitzt halt auf dem WC und sie ist vor ihm am Minger rumspielen. Und dann buckt sie sich vor ihm, Arsch zu ihm. Und wie er beschreibt, er geht einfach so ein Loch auf. Und es kommt einfach etwas raus. Und er macht einfach so eine riesige Geschichte raus, wie er ihn da so geflasht hat, dass er nicht gecheckt hat. Weil du siehst es ja nie, wie das aussieht. Du siehst nie, ausser du bist ein ganz komischer Typ. Gibt es schon Dudes? Ja, ja. Was willst du? Ich kenne einen, ich kenne einen, ich kenne einen, wo effektiv, wo mir mal sehr drunk erzählt hat, Zitat. Ja, aber es ist schon geil, weisst du, wenn du das Schildköttchen aus dem Panzer schaust. Ich so, okay, okay, all right. Ich glaube, ich glaube. Das ist ein, das ist ein Weisswitzviel gewesen. Ich glaube, jetzt kommt das Intro. Jetzt. In dem Fall, herzlich willkommen. Schön bin ich da. Aber wegen Jesus noch. Das ist ja, was mich so fasziniert, auch beim muslimischen Glauben, beim Koran, ist die Figur Mohammed, die Figur Jesus. Schön, ob du es gesagt hast, das ist Koran. Koran. Ja. Ja, Alter, mit dem Bad, ich übe langsam. Koran. Plus, in der heutigen Zeit, ich gehe lieber, ich bin lieber früh dabei. Nein, ich habe das gelernt von einem Kollegen, eigentlich müsste ich es noch anders aussprechen. Das ist ja Q-U-E-A-N, aber es hat eine Pause dazwischen und Koran, egal, keine Ahnung, ich hätte gedacht, ich bin cool. Ja. Ja, ich bin zu weiss. Was mich dazu interessiert ist, ich würde so gerne einfach so eine Fly on the Wall sein, zu dieser Zeit, zum wissen, was, was haben die Dudes gemacht, was haben sie gemacht, dass man über 2000 Jahre später halt die Uhr nach ihnen stellt, alle Feiertungen nach ihnen hat. Also in der Welt, also in ihrer kulturellen Welt bei uns, dass man, Alter, dass man immer noch Politiker auf die Bibel einschwört, dass es Milliarden von Leuten gibt, die dem so heftig nachgehen, der Vatikan, immer noch die reichste, also ich meine, ultra-riche Land in einem Land, diplomatische Unabhängigkeit, nachdem sie hunderte von Kindern gefickt haben. Es ist wie so, was, ich würde so gerne wissen, was ist damals passiert, weil ich bin mir sicher, dass ich kein Wasser teilt und fucking Wasser zur Wege gemacht habe, aber irgendetwas müssen die Typen ja damals gemacht haben, irgendetwas müssen sie gemacht haben, dass Leute so durchgehaht sind, dass sie halt wirklich einfach so gefunden haben, fuck it und ich lebe jetzt nur nach dem und alle nach uns leben nur noch nach dem. Und das ist, was mich an der Sache fast am meisten interessiert im historischen Kontext ist, was hat der fucking Jesus von Nazareth gemacht, was hat der Mohammed gemacht? Weil von Mohammed gibt es ja richtig, also der Mohammed ist ja der Vorbild von jedem Mann im muslimischen Glauben, so wie ich es verstanden habe. Darum haben sie zum Beispiel keine Schnauze und haben nur den Neckbeard, weil der Mohammed hat keine Schnauze gehabt, weil ich es richtig verstanden habe. Und ich denke so, irgendeine Figur, irgendein Mensch muss es ja damals gegeben haben, der da crazy ist, weil ich garantiere dir, es gibt kein Mensch heute, wo in 2000 Jahren Leute ein Buch darüber schreiben und sich daran, niemand denkt sich so, oh, der Joe Biden. Oh, der Joe Biden. Aber das ist, weil, weil, ich meine, dass alles ja viel schneller geworden ist, wenn du schon überlegst, wie sich, ich sage jetzt mal, die letzten 150 Jahre die Menschheit entwickelt hat und was alles Neues dazugekommen ist. Ich glaube, ich glaube, ich glaube schon, du siehst ja dann so Parallelen, und ich will jetzt nicht den Covid-Gesprächen anfangen, aber wo Covid passiert ist, hast du dann schon Parallelen gesehen zu der Pest, wo einfach die einen glauben das, die anderen glauben das. Ja, diese Parallelen kann man schon ziehen, doch, finde ich, finde ich, ist fair. Also, es ist einfach, klar, es ist, es ist eigentlich Hirnrissig gewesen teilweise, wie so, hey, es kommt vor schwarzen Katzen. Ja, eben, aber auch dort hat es Leute gegeben, die gesagt haben, okay, wir gehen nicht vor das Haus, und andere haben gesagt, das ist alles erfunden, und eine halbe Stunde später sind sie verregt. Also, weißt du, es ist so, ich glaube, es muss, aber ich glaube, es gibt heute noch Leute, also ich sage mal, Leute in einem negativen Kontext, bleiben immer mehr in Erinnerung, also Leute, die Schlimmes gemacht haben, bleiben immer mehr in Erinnerung, als Leute, die Gutes gemacht haben. Es gibt historisch, es gibt ganz viele Leute, die Gutes gemacht haben, und darum finde ich es ja so krass, dass genau die zwei, wo ja einer fürs Gute gestanden sind, und ich bin Mohammed nicht ganz sicher, es gibt Leute, die kritisieren ja den Koran und den Islam, aufgrund von Praktiken, wo er scheinbar gemacht hat, was weiß ich, was Minderjähriger Hochzeit, ich habe einen Kollegen, der relativ islamkritisch ist, also islamkritisch, relativ belasen islamkritisch ist, und er ist kein Islamfeind, er weiss, was drinsteht, und sagt, mit dem wäre ich als moderner Muslim nicht einverstanden, und dann, ich weiss es nicht, aber es ist ja zum Beispiel eben Ehe mit Minderjährigen, so Sachen, wie gesagt, please don't take my word for it, aber die haben ja auf der anderen Seite beide ja so viel Gutes gemacht, dass sie fürs Gute 2000 Jahre in Erinnerung bleiben, weiss ich mein, wenn wir uns an historische Figuren erinnern, erinnern wir uns immer an Machtfiguren, an Cäsar, an Alexander der Grossi, an fucking Mongolen, ich kann dir keine einzige historische Figur nennen, wo so, klar, in den letzten 100 Jahren Mahatma Gandhi so auf dem Level so die Welt verändert hat, Leute in den Bann gezogen hat, und darum stechen die zwei für mich so aus, und ich habe mir gedacht, was haben die faktisch, was haben sie face to face gemacht, das ist, was mich immer so interessiert, wie genau schafft man es, dass man so lang, so krass in Erinnerung bleibt, weil der Hitler hat es geschafft, aber der Hitler wird lang in Erinnerung bleiben, aber es ist ja nicht so schwer, beim Resümee von Hitler ist es nicht so schwer, zu sagen, gut, da bleiben wir 2000 Jahre lang auf Achse, dass das vielleicht nicht nochmal passiert. Was aber dort krass ist, ist, dass wir jetzt so langsam in der Zeit sind, jetzt hast du dann in den nächsten paar Jahren, hast du dann effektiv niemand mehr auf der Erde, der sich noch direkt kann erinnern an diese Zeit. Das heisst, ab dann sind es nur noch Erzählungen. Und sehr viele Bilder, die Nazis haben viel dokumentiert, die Nazis sind fest mit der Kamera, die Nazis sind damals schon wie die Deutschen, überall ins Oggenatal und ein Camcorder rumgekommen. Ja, aber das ist auch eine Erzählung, also weisst du hast einen anderen Bezug dazu, etwas am Phantasmus, schon nur, wo sie irgendwie, irgendwann hat, weiss doch auch nicht, im Spiegel oder irgend so, der Zweite Weltkrieg in Farbe. Ja, ja, voll, auf Netflix haben sie es auch aufgearbeitet. Und es gibt eine Netflix-Doku. Schon nur das macht, gibt einen völlig anderen Effekt als Schwarz-Weiss. Ja. Schon das macht es traurig realer, weisst du? Alter, ja, es gibt auf Netflix, es gibt so, glaube ich, acht, achtteilige Doku über, erstens mal, Aufnahmen, also weisst du, Aufnahmen, die alle kennen, farbig machen, ist das eine, aber die haben Aufnahmen gefunden, die noch niemals gesehen hat, haben sie auf HD upgradet und dann farbig gemacht. Boah, Alter, und wenn du dann so die Gesichter siehst von der Shell-Schock der Soldaten im Graben, die so Züge rauchen, Alter, und so Augen haben, dann denkst du so, Boah, das, eben, Schwarz-Weiss enthumanisiert extrem und dann sehst du sie wirklich, wie sie dort sitzen mit der Kaffeekanne und merkst so, Alter, du bist 18 und du weisst dort, also was heute Leute leider in der Ukraine leben, dort, 100 Meter dort vorne im Graben sitzt einer wie du und entweder du oder er, fucking, machen heute den Deckel drauf, Alter, es ist schon, aber ja, du sagst, man sieht es nicht mehr in den Augen von einem 83-jährigen Dude, der gesagt hat, ich bin dort gewesen, das wird nicht mehr passieren. Und der Faktor HD ist auch nicht zu unterschätzen, weil, Janik und ich haben jetzt den zweiten Mal auf so einem Moment um ein Sender, haben wir Baywatch gesehen und es ist remastered in HD. Und einfach die 90s, die 90s Outfits und Fritten und Leute, das habe ich in HD jetzt gesehen, es wirkt einfach, es wirkt nicht richtig. Es wird verschoben. Alte Pornos auf HD upgradet, bleib verpixelt. Bleib verpixelt. Gott im Himmel, Alter, so Haus der Lusten, hat der Moritz gestern erzählt. Das willst du nicht in HD sehen. Natürlich hat der Moritz. Das willst du nicht in HD sehen. Alter, alles, was 2001 aufgenommen worden ist, soll in 2001 der Qualität bleiben. Ich will das nicht sehen. Du, aber weisst du, was richtig geil ist? Das sind so, das musst du mal suchen, Christoph. Wir haben jetzt einen Pornowand. Nein. Oh, schau mal, du, eine Netflix-Doku, schau mal, eine Netflix-Doku von den Dings, von den... Ist das Netflix? Ja. Ja, ja, das ist richtig sick, Alter. Das sieht schon auf den Bildern richtig krass aus. Oh, das ist so sad, Mann. Ich liebe einfach, dass er seine Search-History hat. Vor allem, wenn du da bist. Hitler, eine Karriere. Das letzte Mal hätte er mir jetzt die Hugo-Boss-Uniformen. Hugo-Boss-Uniformen. Ja, das letzte Mal sind es Hugo-Boss-Uniformen. Nein. Wir sind nach knappen 20 Minuten, sind wir schon wieder bitter, kaosan, Nazis am Zweiten Weltkrieg. Ich bin da natürlich angesteckt von Moritz Schädler. Such mal, ich weiss nicht, wie man das jetzt richtig googelt, aber es gibt so Aufnahmen von, ich weiss doch auch nicht, so Anfang des 20. Jahrhunderts, wo in der Framerate upgradet worden sind, dass halt die alten Aufnahmen irgendwie, ich weiss doch auch nicht. Ah, das sind nicht so steif und so schnell. Genau, du siehst sie dann laufen, wie sie nicht laufen. So 1800s, 1800s upgraded oder so etwas. Anfang des 20s oder Anfang des 19s, sorry. Weil ich habe mal, ich habe ein upgradedes Interview gesehen von einer Frau in Mississippi, wo 1850 oder 1880 oder so interviewt worden ist. Ah, wirklich? Yo. Du merkst, dass die Leute, das sind Leute wie aus einem Märchen oder so, wie sie ihre Realität ist. Sie sind so komplett abgeglichen mit, wer sie sind. Oi, oi, oi. Ja, das ist nicht schlecht, lagen mal. Neu York im 1911. Neu, nervöse Finger. Einen Moment, schau dir das mal an. Das ist über 100 Jahre lang. Jetzt wollen wir uns in eine Strohhut ziehen. Nicht wahr, nicht wahr. Jetzt wollen wir uns in eine Strohhut ziehen mit so einer Band, denken wir also so. Rüstet ihr kein paar Jahre Angst. Schau vorne, recht gut, gut, nicht so gut. What is this demonry? Es gibt auf jeden Fall ganz viele von denen. Es gibt auch aus der Schweiz. Wenn du deine Internetrechnung nicht zahlen solltest. Und das ist der Blinker von damals, he? Ja. Es gibt auch aus der Schweiz. Es gibt wirklich schon irgendwie, ich habe etwas mal gefunden vom Barfüsenplatz oder so. Ja, das habe ich auch gesehen. Vor allem meine Grossmutter hat mir mal Fotos gezeigt, die sie damals gemacht haben, die auf dem Barfüsen dort vor der Kirche, das war einfach der riesen Parkplatz. Es ist schon nur geil, wenn du die Doku schaust, über die Hools in den Neuesten. Ja, in den Steinen, die sie alle parkiert haben. Ja, wo sie mit dem Auto durchgibt. Ja, ja. Wo Steinen noch richtig. Ich finde, Steinen sind sie dann noch downgradet worden. Weißt du, wie geil es war, wenn Steinen noch parkieren können? Warst du nicht gerne in die Zeitreise dort runtergegangen? Zu den Hools? Sonsten ist einer, der dort im Vorkrunden hat, ich kenne den nicht, aber ich weiss, wer das ist. Der war immer wieder in so einem Gym, den ich früher noch trainiert habe. Und der war immer wieder dort. Und ich glaube, der ist so ein bisschen in der Kampfsportszene unterwegs. Und in Basel immer noch recht präsent. Und ich dachte so, boi, der sieht genau gleich aus wie früher. Und dann dachte ich so, ah, okay, shit, der ist echt, 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 Alter. Und ich glaube, Steinen heute, wenn wir Steinen heute so haben wie damals, wäre jedes Wochenende jedes Auto kaputt. Das ist schon gut. Das ist vielleicht schon gut. So, alle Besoffenen am 4 Uhr morgens aus dem Ball. So, jetzt hauen wir noch den fucking Citro AC1 zur Blech, zur Blechmüll, Alter. Aber, wo sind wir gewesen? Also, die Leute damals, die Frau, du merkst halt so, sie haben eine, wie kann man es ausdrücken, sie haben eine Achtheit an sich. Sie haben eine Ungefiltertheit, sie haben eine Authentizität, die man ja sonst nur von alten Leuten heute kennt. Ja. Sie haben eine ungefilterte, sie haben so eine straight A nach B Art zu denken, zu kommunizieren. Es ist richtig krass, wie du merkst, dass sie damals so viel weniger Einflüsse und Reiz und Informationen hatten. Genau, das habe ich über das sagen. Ja. Du merkst, wie eingleisig, sozusagen, und nicht im negativen Sinn, sondern im positiven Sinn, wie relaxed und einfach wirklich so komplett mit sich selber abgeglichen die Leute gewesen sind. Weil heute, teilweise redest du heute mit Leuten und was sie sagen, ist da und was sie eigentlich sind, ist da. Yes. Und du merkst, du merkst so, ah, du hast eine riesen Dissonanz in deinem Weser. Und ich habe das regelmässig mit mir selber. Und ich habe mir gesagt, ich bin überhaupt, bin ich ich, was mache ich all das, wer bin ich eine Vorstellung von mir, bin ich, was andere Leute denken, was ich sollte sein, wo drücke ich mich gerade in irgendeine Förmchen hinein, wo ich eigentlich nicht bin, weil ich es von dort mitbekomme. Es ist so, und die Leute damals, und ich weiss, die haben einfach jeden Tag einfach, den hat da fucking von morgen bis zu oben gelebt und nicht jetzt bis 2027, weiss ich, ich meine, es ist so, es ist so ein anderer, es ist so ein anderer. Bis minus drei. Ja, bis minus drei. Ja, aber das, das, das finde ich extrem krass. Vor allem, äh, ich, ich habe mal, ich habe mal irgendeinen Bericht gesehen, äh, wo sie, wo sie in so einem Tempel sind in, in, in China, wo halt eine so bestimmte Lehre irgendwie verfolgt und, und dort ist eigentlich so, so ein bisschen, es ist so ein bisschen buddhistisch angelehnt gesehen, glaube ich, nämlich, eben, dass du möglichst immer dein eigenes Ich bist und nicht, zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, mit deinen Eltern bist, bist du eine andere Version, als wenn du mit deiner Freundin bist, als wenn du mit deinen Kollegen bist und, und, und sie haben sich wirklich eigentlich morgen bis zu Abend dedicated dazu, auszufinden, wer sie grundsätzlich sind und auch immer so zu sein. Aber ich glaube, es ist gesellschaftlich, ist ja fast nicht möglich. Ich glaube, es ist ja nicht gut. Ich glaube, es ist schon, ich glaube, der Fakt, dass wir in verschiedenen sozialen Kreisen, verschiedenen Verhaltensweisen, verschiedene Coping-Mechanismen, verschiedene Kommunikationswege eingehen, hat seine Gründe. Weil wir historisch, äh, historisch gesehen natürlich nicht jedem Fremden auf dem Wanderweg haben können, unser echter Ich offenbaren, weil, wenn er rausfindet, dass wir der fucking Hussein vom Vogt sind, dann schnippschnapp und, äh, weiss ich meine, es ist so, du musst ja, das sind ja auch gewisse Schutzmechanismen, wo die Unterbewusstsein dir zurecht einbaut, zum sagen, hey, rede vielleicht nicht mit einem, mit einem, mit einem, mit einem Dude, der dich nach deinem Style fragt, auf der Strasse drüber, äh, wo du jetzt die Geld anlegst und, äh, das, wo du wohnst, und wer deine Freundin, was ich meine, es ist so, du musst ja gewisse, du musst ja gewisse Filter haben, und du musst ja gewisse Stufen haben, und das ist auch, wenn du jemanden neu kennenlernst, dann gehst du ja nicht da und sagst, hey, übrigens, äh, mir gefallen es zwar mega, wenn das Schildkröttchen aus dem Panzer schaut, das machst du nicht. Auch zum, Hat er es gesagt, was du ihn gerade kennengelernt hast? Nein, wir haben uns schon etwa 10 Jahre gekannt, aber es ist so, jetzt einfach ein schlechtes Beispiel gewesen für, wieso man verschiedene Versionen von sich kennt, und je grösser das Vertrauen ja dann auch zu Leuten ist, das ist ja bei Kindern ganz klar, Kinder benennen sich in der Kita, in der Schule super, und zu Hause, sie fallen in die Hülle, und sie fallen voll durch, nicht, weil sie die nicht respektieren, sondern weil sie wissen, sie sind bei dir sicher, und sie können ihren Emotionen, die sie sonst nicht so gut regulieren können, freien Lauf lassen, und das ist ja was bei uns gleich, das ist ja was bei Menschen auch passiert, weiss ich meine? Ja, darum kann es ja auch, darum kann es ja auch, ich sage jetzt mal, schwierige Beziehungen geben, weil Menschen den ganzen Tag irgendwie probieren zu funktionieren, und dann kommen sie nach Hause, und dann lassen sie auch das los, also dann machen sie das Gleiche, das Gleiche wie das Kind, oder? Ja, ja, ja. Das haben wir uns auch noch nie überlegt, das ist ja ziemlich schlau. Obwohl auch dort, Erklärt meine dysfunktionale Beziehung, meine dysfunktionale Beziehungshistorie, ich weiss nicht, wieso das nie funktioniert, das ist Spaß, aber das, ja, das macht sehr viel Sinn. Obwohl auch dort ja noch, so ein gewisses Mass an Empathie, gefragt wäre, aber das kann dann gerne ausgeblendet werden, weil man so findet. Ich glaube, es ist ja auch mit Stress und Assistenz zu tun, also ich habe das auch schon erlebt, dass ich wirklich so in Beziehungen zu Hause gekommen bin, und wie so gemerkt habe, also fuck, ich lade jetzt einfach, ich komme heim, ich lade einfach mal eine Stunde lang ab, bevor ich dann überhaupt frage, wie geht es dir, was ist, ich komme einfach heim, bam, 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 das ist aber nur, das ist auch eigentlich nur ein Tag passiert, wo ich schon allein für mich einfach tiefe Ressourcen gehabt habe. Ja. Wenn ich heimgekommen bin und ich bin ausgelaufen gewesen und ich hatte einen guten Tag, dann bin ich überhaupt nicht heimgekommen abladen. Ja, ja. Aber ich bin heimgekommen abladen, wenn ich gestresst gewesen bin und einfach jemanden gebraucht habe, wo es für mich aufsaugt, oder? Das ist so, und ich meine, das kann man ja auch füreinander sein in einer Beziehung, aber es sollte nicht ein einseitiges Gefälle sein. Nein, es muss ja auch kommuniziert sein. Aber es ist interessant, ich habe das oft in den letzten paar Wochen und Monaten mega gestruggelt mit meiner Gesundheit und bin immer wieder krank geworden. Also mit der physischen diesmal? Mit der physischen, ich glaube, es ist ein Mix aus beidem, mental und physisch. Ich glaube, die mentale unterdruckt wahrscheinlich irgendwie das physische Potenzial und wenn du chronisch gestresst bist, wirst du schneller krank. Ja, ja. Ich bin jetzt langsam am so ein bisschen das in den Griff kriegen und darauf zurückblicken, das ist krass, wie fest man teilweise in einem Tunnel ist und merkt so, ich bin so in einem Cycle gewesen, von einfach Stress, wo mehr Stress generiert, wo mehr Stress generiert und habe so auch den Leuten um mich herum, für die Familie, Freundin, wirklich einfach so, einfach so, nicht unbedingt ihre Energie gesogen, aber ich bin schon eine rechte Belastung gewesen, weil ich halt einfach nicht habe können verstehen, dass ich permanent nur am Drillen bin, oder? Ja, weil man nimmt es ja als Status quo, es ist ja dann einfach so. Ja, du kannst, also es ist halt für mich, es ist halt schwierig, ich bin eine Woche, zwei gesund und dann werde ich wieder fünf Tage krank. Ja. Und dann bin ich wieder zwei Wochen gesund und bin wieder fünf Tage krank und das ist nicht, ich weiss, es ist nicht normal, als erwachsener Mensch zweimal pro Monat drei Tage verkältet zu sein. Und ich bin auch nicht wirklich verkältet gewesen, sondern ich bin einfach so komplett vertigt, Kopfweh, die Nase läuft, einfach so eingeknickt gewesen. Ich habe keinen Hals wegen Husten, ich habe einfach gewusst, dass mein Körper macht einfach komplett zu und bremst mir voll ein. Das habe ich gehabt, bevor ich auf die Weltreise bin. Dort ist das für, zwei, drei, keine Ahnung wie viele Jahre, ist das mir einfach mit einem konstanten Zustand gesehen. Wirklich? Ich bin so all paar Wochen krank, gesund, krank. Im Schnitt alle zwei Wochen. Im Schnitt alle zwei Wochen, eben so genau das, was du beschreibst, so leichte, leichte Verkältungssymptome. Und es ist völlig klar gewesen, es ist einfach zu viel Alkohol, Scheiss fressen, in meinem Fall natürlich gerne noch kein Sport oder so, schon Bewegung, weisst du? In meinem Fall zu viel Sport, obwohl zu viel Sport wenig Recovery. Genau, du gehst irgendwie schon wieder ins Gym, bevor dein Körper überhaupt bereit waren, aus dem Haus zu gehen. Nein, das ist schon nicht gerade, aber ja, zu früh. Sicher zu früh. Die Symptome klingen leicht ab, ich schlafe fünf Stunden pro Nacht, acht Stunden gearbeitet, und schon bist du wieder bei einem, bist du wieder bei einem in der Achsel. Ja. Und äh... Und schlafe. Auch noch zu wenig schlafe. In dieser Kombination, oder? Und es ist die ganze Zeit so gesehen. Und dann gehe ich auf die Weltreise und die ersten zwei Wochen, bis zuerst auf Thailand, die ersten zwei Wochen, habe ich gemeint, ich habe Pfeifers-Truisen-Fieber. Weil zum ersten Mal, mein Körper hat entspannen können, sozusagen, und ich habe nicht mehr den fucking Stress, Struggle, was weiss ich, und ich habe wirklich einfach mal gepennt, und das hat mir so eine mega Fatigue gegeben, ich habe zuerst gedacht, ich habe Pfeifers-Truisen-Fieber. Dann habe ich gemerkt, ah, die Körper tut jetzt einfach mal, der macht jetzt mal ein Reset, der sagt jetzt, jetzt ist es wirklich so. Und dann ist es losgegangen mit irgendwie, ah, ich trinke jetzt nicht mehr jedes Mal fucking Cola zum Mittag, und Vitamin war vielleicht nicht so schlecht, und so weiter. Und es hat mein Leben komplett verarmt. So ist es mir im Sommer gegangen, ich habe im Sommer, also ich bin, du kennst mich, ich bin im Winter regelmässig krank, also ich tue Fingernägel kauen, ich schlafe zu wenig, ich sufe ab und zu ein, aber ich bin im Sommer nie krank. Ich bin im Winter so wirklich in der Grippe, Verkältungssaison, nimmt es mir regelmässig, dort bin ich nicht der Stärkste, mehrfach Covid gehabt, aber ich bin im Sommer nie krank. Ja. Auf das kann ich mich verlassen, dass das dort halt wirklich nicht passiert. Und ich bin der Sommer genau das, was du beschreibst, so Fatigue, des Todes, Kopfweh, null Motivation. Teilweise bin ich auch krank und bin krank, aber motiviert, weisst du, so wöchst, schreibe ein paar Jokes oder kämpfe mich trotzdem irgendwie, zu Hause einen Podcast aufzunehmen oder irgend so, weisst du, habe Ideen. Und dort bin ich einfach wie so ein Schalter, den man umlegt, einfach lethargisch, depressiv, umgelegen und habe mich gefragt, wo ist das ich, wo ich sonst spüre. Wo ist der Dude, der eigentlich so viel Drive hat und Freude an Sachen hat und alles probiert, positiv zu sehen, obwohl es schwierig ist. Ich habe ja alle die Schellen, ich meine, du kennst mich, ich habe ja in drei Jahren jeden Müll auftritt, jedes Open, ich habe alles gemacht, ich habe die ganze Zeit geschrieben, ich habe die ganze Zeit nur auftreten und darum hat es mir wie abgestellt, ich habe gemerkt, ich will eigentlich gerade gar nichts machen, ich kann auch gerade gar nichts machen und es sind noch ein paar andere Komponente, so privat dazu gekommen, wo der Stress nochmal auf 2 plus Level erhöht hat, aber es ist genau das, was du beschrieben hast und dann lustigerweise bin ich im Juli in den Ferien gewesen und dort ist es mir Blenden gegangen, weil ich dort einfach, ich bin Sardinien am Strand gelegen, habe eine Ichnusa hineinballert, habe eine Kaffeeglase getrunken und bin einfach so ins Meer und wieder auf den Liegstuhl und ins Meer und wieder auf den Liegstuhl und dort ist es mir Bomben gegangen, kein Nid. Ja, komm, komm ich heim, äh, wieder abgestellt, oder? Und ich bin jetzt beim Arzt, ich glaube, es ist so ein Mix zwischen Psyche und Füssen, so ein bisschen, ich habe jetzt 3 Blutbilder gemacht, 2 davon normal, jetzt haben wir uns so richtig den grosse Hammer rausgepackt, ich habe mit dem Arzt schlechtes Gewissen eingeredet und dann hat ich dann wie gefunden, so gut, dann machen wir jetzt mal alles und ich habe ihm sogar eine Liste geschrieben, was ich will getestet haben, das ist recht weird gewesen, also ich weiss auch nicht, was wollen sie, ich so, alter, fucking you tell me, alter, und dann habe ich ihm, das kommt jetzt nicht, nächste Woche raus, und dann haben wir so Immunsystemmarker, gewisse Hormone, gewisse Vitamine und Mineralstoffe, die, wenn sie einen Mangel haben, können so einen Einbruch vom Immunsystem verursachen, die haben wir es mal getestet, einfach zum das auch sicher sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte genau die gleichen Sachen wie du, zu wenig oder zu unregelmässig oder zu schlechten Schlaf, Schlaf ist so, Schlaf ist, es ist nicht einmal für die Gesundheit, sondern für meinen Mood, wenn ich 6 Stunden schlafe, oder wenn ich 8 Stunden schlafe, ich bin ein anderer Mensch, was Stressessistenz angeht, ich bin ein anderer Mensch, was einfach Baseline-Laune angeht, wenn ich 8 Stunden schlafe, stand ich am Morgen auf, alter, und ich hüpfe, und ich hüpfe, an die Bushaltestelle, und dann einfach so, das will aber auch niemand, in meinem Kopf hüpfe, ich laufe dann einfach so, und du so und schön, so, aber ich 6 Stunden schlafe, bin ich, ich bin angriffbar für die negativen Stimmen da oben, ich bin fragiler, und ich habe genau das, was bin ich jetzt, ich bin ziemlich genau, am Samt, am Donnerstag, bin ich einen Monat voll sauber, ich habe vor zweieinhalb Monaten aufgehört, kiffen, ich probiere gerade, den Schlafrhythmus aufzubauen, ich isse seit eineinhalb Wochen, ich habe wirklich so, ich habe all die Analysen gemacht, all das checkt, was du auch checkst, ich habe wie gedacht, okay gut, bevor ich jetzt zu einem Psychiater gehe und sage, alter, gib mir Schlafpille, gib mir fucking Xanax, gib mir irgendetwas, was die Anspannung wegmacht, probiere ich mal, alle Knöpfchen zu drüllen, wo man auf natürliche Art und Weise ein Anführungsschlussteiger drüllen kann, kann ich meinen Schlaf verbessern, kann ich meine Diät verbessern, kann ich mein Aktivitätslevel abschrauben, einmal mal nur temporär, um die Baseline-Gesundheit wieder aufzubauen, weil ich bin in einem Stolperer gewesen, wo ich nicht mehr aus, ich bin wieder, beim Freitag hatte ich wieder Symptome, nachdem ich die ganze Woche zu wenig pente und viel gemacht habe, bin direkt heim, alte Tee trunken, hangelegen, am Sonntagmittag ist es weg gewesen, so ist es ja eigentlich, wenn man gesund ist, kriegt man so einen Verkältungsanflug, nügt sich mit Schlaf, trinkt viel Tee und dann ist es eigentlich in ein, zwei, wenn man es richtig macht und fit ist, ist es in ein, zwei Tagen wieder weg, ausser man hat Grippe, das nimmt einen richtig, ja, und ich bin wirklich, Alter, ich bin am, Alter, was isse ich, ich isse, ich habe wirklich so, einfach so Superfoods, so raussuchen, so was, nicht so Spirulina und Blaubeeren, was macht zum Beispiel, ich isse Kimchi wie ein Blöder, das hat einfach, seit ich Kimchi isse, habe ich kein, nicht einmal mehr, einen Anflug von Sodbrennen, wie ein Knopf, kein Kimchi gessen und Natio-Joghurt anfangs essen, ich habe kein Sodbrennen mehr, es ist einfach weg, ich gehe viel besser aufs WC, habe aufgehört Red Bull trinken und trinke halt jetzt noch 3-4 Kaffees mehr, aber halt, es ist so, so Sachen, ich bin weniger zittrig, und ich habe immer vorher gedacht, so, äh, Muckins, mach doch nichts, es ist einfach Wasser mit Zürfstoff, und dann hörst du es mal auf, trinkst du es mal 2-3 Wochen nicht mehr und merkst so, oh, es ist aberartig, es ist so, alle sagen immer, isse gesund, schlafe genug, und ich so, äh, Alter, was soll das, jetzt probiere ich besser essen, schlafe gesund, und ich merke schon nur so, in der Woche, in der ich mache, vielleicht Placebo, keine Ahnung, es ist einfach so, so, es ist wie so ein Kind, wie wenn ein Kind merkt, dass es einen Blödsinn gemacht hat, und dann so, so peinlich giggelt, ja, logisch, das bin ich seit ein paar Tagen, so peinlich giggelt, ich so, oh boy, I made a Bubu, aber das Geile ist, man muss es ja wie selber, man muss es selber checken, weil, der Mensch, ich sage jetzt mal sehr allgemein, aber der Mensch, weiss eigentlich, was gut ist, und was nicht, eben so, wie ein Kind es ja eigentlich, er weiss, also weisst, wenn es irgendwie, keine Ahnung, wenn mein Kind im Dreck spielt, und danach nimmt er so eine Handflin auf, und dann sagen die Eltern, nicht schmeissen, und er weiss es, und du siehst, wie er am kalkulieren ist, was sind die schlimmeren Konsequenzen, und er macht, ah, oder, du weisst es eigentlich immer, und, und ich habe damals ein Interview gelesen, und ich lese das so, alle Jahre lese ich es wieder, mit so einem New Yorker Ernährungs, äh, wissenschaftlicher Glaube, und das Interview ist so erfrischend, weil es ist, alles in allem ist es eigentlich mega boring, weil er sagt, wir wissen eigentlich schon alles, klar, wir finden immer noch neues Zeug raus, äh, bezüglich der Nahrung und so, aber grundsätzlich, wissen wir alles schon, es ist, einigermassen ausgewogen, sich ernähren, und wir wissen, was das heisst, aber, kein Buch, kein Heftchen, kein TV-Bericht, was weiss ich, hat dann etwas Neues zu erzählen, und du brauchst oft immer wieder irgendetwas Neues, die neue Craze, genau, die neue 6-Minuten-Workouts, die neue Crash-Tahne, und er sagt, weisst du zum Beispiel Zucker, hey, wenn du dir bewusst bist, dass du Zucker essst, dann ist es kein Problem, und er sagt, meine Frau macht den geilsten Schocke-Kuchen, ich esse jeden Tag ein fucking Stück Schocke-Kuchen, jeden Tag? Because I fucking love it, aber, er nimmt nicht irgendeine Tomaten-Soße, die Zucker drin hat, er nimmt nicht sonstige Proced-Foods, das Einzige, wo er sich sonst einen Zucker gibt, ist Früchte, aber, er weiss ganz genau, hier wäre Zucker drin, hier wäre Zucker drin, hier wäre Zucker drin, und dann bin ich halt auf Weltreise, zum Beispiel bin ich in den USA, und dann habe ich einfach mal irgendeine Tomaten-Soße in die Hand genommen, und die hat einfach irgendwie 15 Gramm Zucker auf Hund, und du bist so, ja logisch. Das ist funny, weil ich bin mir dem allem bewusst gewesen, ich habe ja mega abgenommen, in meinen Jugendjahren, ich habe so ernährungstechnisch, ich weiss, also ich kann dir Lebensmittel, ich kann dir aus dem Kopf, der Protein, Eiweiss und Fett, halt vor diversen Lebensmitteln, aus dem FF sagen, ich kann mittlerweile überschliere im Kopf, wie viele Kalorien ich gegessen habe, aufgrund von meinen Mahlzeiten, das ist so eine, so eine Craze, die ich seit Jahren habe, weil ich weiss, will ich zunehmen, will ich abnehmen, wie viel Eiweiss muss ich essen, dass ich nicht fange in Eingang, und was brauche ich für die Performance, wie viele Stunden vor dem Training und nach dem Training isse ich, also ich habe wirklich so, Eben, aber du weisst, du weisst all das Zeug auf Performance. Nein, nein, ich weiss das alles und ich setze es trotzdem nicht um, weil ich denn die Arroganz habe, was man ja hat über sich selber, Leute behandeln ja sich selber mit Abstand am schlimmsten. Mit Abstand. Es ist ein Kapitel im Jordan Petersons im Buch, Treat yourself like someone that you are caring for. Das ist so, sozusagen, ich habe es butchert, aber das ist so. Und er macht den Vergleich, dass es Leute gibt, die ihrem fucking Haustier rigoros, auf Sekunden genau, die Medis geben, die der Tierarzt sagt, weil sie das Haustier lieben und sagen, ich bin für deine Gesundheit verantwortlich. Aber ihre Blutdruckmedis, ihre eben genug geschläfen, nicht so viel Sufen, nicht jeden Tag Cheeseburger essen, bis ich selber komme, einfach alles in den Laden hinein, was nur geht. Ja. Und ich habe halt immer so Phasen gehabt von ultra clean, ultra dirty, ultra clean, ultra dirty. Das Gewicht hat nicht der Jojo gemacht, aber der Lifestyle hat der Jojo gemacht. Ja, ja, ja. Kiffen hat nicht geholfen, wenn man natürlich immer kifft und dann auf der geilsten Shit will essen. Ja. Und ich möchte jetzt, ich habe immer, eben das ist auch sinnbildlich gewesen für die Symptomatik, die ich gehabt habe, ich habe acht Shows in einer Woche gemacht, null Freizeit gehabt, mega so innere Anspannung, weil ich einfach am, ich habe am Sonntag zogen gemerkt, Alter, ich habe jetzt gerade sechseinhalb Tage nur Bütz hinter mir, ich habe nur trainiert, nur geschafft, nur Comedy gemacht, nur Videos geschnitten, drei Podcasts aufgenommen, wo bleibe ich? Mhm. Und dann aber die Stimme im Kopf, das reicht immer noch nicht. Nein, es ist immer noch nicht genug. Fuck that. Und nicht, ich rede es nicht, also ich rede es so, als wäre ich der fucking Kevin Hart nach dem Meltdown. Mhm. Es geht ja um die subjektive Wahrnehmung. Absolut. Und das ist sinnbildlich gewesen für zu viel Crash, zu viel Crash, zu viel Crash. Und wenn du das, was ja hochrechnest, ich denke jetzt nur an Trainings, ich habe immer das Gefühl, ich muss fünf bis sechs Mal pro Woche trainieren, weil ich das Gefühl habe, neben einem Job im SRF, im Pendeln und meiner Comedy-Karriere, muss ich auch noch ein semi-professioneller Athlet sein. Why ever the fuck? Aber wenn ich das als Jahr rechne, dass ich im Monat zwei Wochen fünfmal trainiere und zwei Wochen krank bin, habe ich zehn Trainings im Monat. Mhm. Aber wenn ich pro Woche viermal trainiere, zwei Trainings, Pause, zwei Trainings, Pause, Dann habe ich im Monat 16 Trainings. Anstatt zehn. Und das ist auf den Monat, auf die Woche weniger, auf den Monat mehr, auf das Jahr noch viel mehr. Mhm. Und was jetzt das Ziel ist, und ich so langsam merke, ist so, genau was der Typ sagt, ich gehe nicht, ich gehe jetzt Abend in ein Restaurant essen. Ja. Meinst du, ich gehe da an und sage, ich hätte gerne Brokkoli und Buleb? Nein. Nein. Alte Gimus-Tiramisu. Ich frage den Kellner, ich sage dem Kellner, kannst du es mit einem Löffel ins Mund stecken? Fütere mich, Angelo. Bitte fütere mich. Ich will, dass du mir das Tiramisu vorne und hinten hineinschiebst, du geile Sau. Aber ich foltere mich nicht mehr mit, ich muss nur, genau was der Typ sagt, aber ich will jetzt eine Baseline aufbauen können, ich will auch lernen können, ins Bett gehen. Ich kann das nicht. es hat Gründe von früher, von meiner Kindheit, ich check das langsam, ich gehe im November auch wieder in Therapie, ich check langsam, warum ich als Kind, warum ich seit ich Kind bin, mich unterbewusst dagegen wehe, ins Bett zu gehen. Ich bleibe immer mega lang wach, ich bleibe am Handy, das Licht bleibt da, ich bleibe das Licht abschalten und wirklich ins Bett liegen und runterfahren, mein Körper wehrt sich dagegen und ich verstand langsam, warum, weil ich als Kind gewisse Sachen erlebt habe, die diesen Moment unangenehm machen und ich wehre mich unterbewusst dagegen, sage, fuck, ich will nicht das Licht abmachen und ins Bett gehen, weil dann kommt das Gefühl, wo ich seit, das bin ich achtens, dann kommt das Gefühl, wo ich seit 20 Jahren mit mir rumtrage. So Sachen langsam, das kommt aber erst, wenn man so ein bisschen entschleunigt und sagt, fuck. Genau, weil du nicht voll im Hamsterrad bist, weil der Körper auch im Bremsen dreidrückt. Also alle Leute haben mich, du sagst mir seit Jahren, alter chill mal, du sagst mir seit Jahren, mach mal nicht alles, meine Familie sagt, meine Grosseltern sagen immer, du machst zu viel. Die einzige Person, die es geschafft hat, tatsächlich, ich habe meinem Trainer geschrieben, wo ich sehr viel von ihm halte, ich sage, Alter, ich bin die ganze Zeit, ich bin nicht, hey, Alter, ich so, oh, Sensei, ich bin die ganze Zeit krank, ich bin die ganze Zeit am Arsch und dann hat er mir einfach recht lange Nachrichten geschrieben und er ist sehr direkt, sehr ehrlich und er hat wie gesagt, hey, schau, ich sage es sehr ungern als dein Trainer, aber ich glaube, du solltest jetzt wirklich mal ein paar Wochen nicht mehr kommen. Ich glaube, du solltest wirklich mal einfach dich auf dich fokussieren und dich zurücknehmen und lernen Pause machen und schlafen und du machst wahrscheinlich zu viel. Ja, es ist ja wahrscheinlich, also, gefolgt vom Anmeldenlink für die Europameisterschaft in Japan. No joke. Aber ich glaube, in diesem Fall, also, du hast mir mal so gesagt, du musst eigentlich trainieren für die fucking Brain, weil dann kommst du in der Flow State, dann kannst du mal abschalten und sonst tut dir das nicht gut. Ja. Und ich glaube, das ist ja so ein klassischer Fall von, was ist jetzt so ein Trendbegriff? Self-Medication. Instant Gratification und Delayed Gratification. Dass du halt den Quick-Fix brauchst, weil du das Gefühl hast, das geht dir besser, aber eben, wenn du mal rauszoomen würdest, auf drei Wochen gesehen, vier Wochen, wie du jetzt gesagt hast, einmal einen Monat anschauen, zwei Wochen, bam, 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 und dann zwei Wochen wieder flach, wenn du dann rauszoomst und merkst, aha, mit kleinen Anpassungen von eigentlich Habits, Gewohnheiten, Gewohnheiten, mit dem tust du eigentlich auf die Länge alles viel verbessern. Und eben bei Food ist genau das Gleiche. Früher hätte ich jeden Tag Mackey können essen. Jeden fucking Tag, ja, und dann noch einen Döner und noch eine Pizza und so Sachen, weil in dem Moment, oh, es gibt dir ein geiles Gefühl. Aber du fühlst dich immer scheissen. Du fühlst dich grundsätzlich scheissen. Du merkst es aber nicht, wenn du drin bist. Eben. Wenn du in dem, das ist so insane, ich habe das mehrmals gemacht, ich habe noch nie wirklich mega super gesund gegessen, weil ich halt immer so, also ich habe so viel Sport gemacht. Eben, es war immer performance driven, so, ah, jetzt muss ich schnell. Nicht einmal das, sondern ich habe immer in den Spiegel geguckt, und ich habe immer einen Dude gesehen, der fit aussieht. Und dann habe ich mir immer gedacht, also solange ich so aussehe, weiss ich nicht, wieso ich aufhören, Dönerpide essen. Weil ich sehe ja so aus, wie der Typ auf dem Magazin. Nicht direkt, aber so im Stoff nicht. Aber du weisst es, ich meine, es ist so, und was mich, was mich jetzt wieder an, nicht auf Performance, sondern auf Gesundheit, wo ich vor zwei Jahren habe ich Dry January gemacht. Ich mache jetzt auch so im Oktober, ich finde es super, so die Monate, wo einem so das Regelwerk gegeben, weil es eigentlich länger dauert. Danach gibt es das Somber November. Ja, fucking No Shave November, Alter. Und ich weiss nicht, ich habe in dem Dry January auch relativ gut aufs Essen geschaut. Wirklich so geschaut, dass ich viel Gemüse esse, auch jetzt nicht mehr mega viel verboten habe, aber abstrich, ich sauf nicht, und ich esse mal einfach hauptsächlich Gemüse und gesunde Shit und so wenig Hergestelltes wie möglich. Ja. Und ich bin immer Januar, Februar, eben so, Verkältungssaison, ich bin immer krank, bla bla. Ich habe dort sechs Wochen gesund gegessen, sechs Wochen nicht gesoffen. Mhm. Ich habe nicht noch mal den Anflug von einer Verkältung gehabt. Ja. Nada heute. Weil das sagt der Ernährungstude, das Interview, das ich immer wieder lese, das ist eigentlich der geilste Satz, der mich wahrscheinlich dann wirklich gepusht hat damals, dass er gesagt hat, gesund sein heisst nicht, ich bin gerade nicht krank, sondern gesund sein heisst, ich fühle mich wirklich gut. Ich stand auf, ich habe Energie, ich mag, es geht mir psychisch einigermassen gut, das ist gesund. Und ich habe eben damals wirklich einfach die vier, fünf Tage, wo ich gerade nicht krank war, bin, aber trotzdem nicht auf 100%, weil ich irgendwie fünf Stunden gepennt habe und immer so behauptet habe, ja, sonst habe ich zu wenig vom Leben und Sachen, weißt du, in dem Stil, ja, habe ich dann so gemerkt, aha, der fucking konstante Zustand von Übermütung, zugeballert mit Red Bull und Kaffee, wo einfach, du bist nicht da, du bist einfach, die, die Hirne ist einfach so, es ist einfach so, so eine ganze, und es ist ein schrecklicher Zustand und ich habe jahrelang in dem Zustand verbracht und das erklärt dann auch, wo mich jetzt der nachträglichen Gefühl habe, ich bin fucking Arschloch gesehen und so weiter und so fort, weil einfach, du bist, eben, du bist nicht dir selber, du bist nicht wirklich bei dir. Nein, du bist, du bist, du bist wie neben dir am Haar gehen. Genau. Und ich merke das auch, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe Wochen, Monate lang mit meinem Schlaf gestruggelt und ich habe jetzt letzte Woche noch von Anpassungen machen und seit letzten Wochen ist es ein bisschen besser. Ja. Ich meine, ich bin am Sonntag, ich weiss nicht, wann ich das letzte Mal als volljähriger Mensch an einem Tag vor der Zwölf ins Bett bin und ich bin am Sonntag am Viertel ab 10 Uhr Licht ab im Bett gelegen und ich habe gedacht, Alter, was für ein Rentner, was für ein verdammter Rentner bist du und ich bin gestern dann arbeiten und ich habe gemerkt, den ganzen Tag so, ah klar, nach dem Mittag bist du mir ein bisschen müde, ich bin nicht müde, aber das Gefühl von, es ist wie so ein Mood-Technisch, ist wie so ein Mood-Immunsystem, ist raufgefahren gewesen. Mega. Ich bin nicht reizbar gewesen, ich bin nicht, ich bin nicht mega unsicher gewesen, ich bin nicht gestresst gewesen von kleinen Sachen, sondern ich habe einfach gemerkt, so soll es sein. Ja. Erholung ist nicht nur da, sondern ist auch da und im Herz und es ist für mich sehr schwierig, dort eben mit meinem sehr schnellen Hirn nicht all diesen Sachen nachzugehen und eben zu oben die Routine zu sagen, okay gut, es ist halb elf Uhr, jetzt egal was passiert, dann mache ich jetzt ab, wenn wir es leicht haben, gehen und pennen, es hat bei mir auch damit zu tun, dass ich, warum ich auch immer in so Stresssituationen bei den Gästen zum Beispiel, gemerkt, auch mal wieder, ist, weil ich mir unrealistische, ich setze mir Makroziele über das Jahr, wo ich mir denke, die sind absolut erreichbar, vielleicht sogar die Makroziele sind vielleicht sogar zu klein, vielleicht sogar zu wenig, aber die Mikroziele, die ich mir für einen Tag setze, sind fast jedes einzelne Mal unerreichbar. Ja. Ich probiere meinen Tag mit Sachen voll zu Müllen, wo fast nicht, es ist fast gestern von Basel nach Zürich zu handeln, habe ich das Gefühl, morgens schreibe ich locker eine Stunde im Zug Jokes. Ich habe vielleicht 20 Minuten geschrieben, und habe nicht gemerkt, dass es die Luft aus ist. Dann arbeite ich acht Stunden beim SRF, sogar ein bisschen mehr, schreibe eine Sendung, das kann nicht sein, das kann nicht sein. und moderiere die Sendung, habe dann das Gefühl, dass ich so benahe, ins Gym gehe und meinen neuen Laptop einrichte, den ich mir gekauft habe. Also ich kriege schon ein Stressgefühl, wenn du mir das erzählst. Was ich das Gefühl habe, das ist, dass ich das Gefühl habe, was passiert. Ja. Und ich bin heimgekommen, nein, nach dem Schaffen natürlich noch mit dem Schandler Endstation aufgenommen, eineinhalb Stunden. Heisst, pendeln, eine Stunde schreiben, acht Stunden arbeiten, eineinhalb Stunden Podcast aufnehmen, und dann am Viertel von neun noch ins Gym, bis zum 10 Uhr, und am 10 Uhr den Laptop auffahren und den neuen Laptop Windows-Account einrichten, alle Programme abgeladen, und dann so am 12 Uhr nach einem 16-Stunden-Tag ins Bett und das Gefühl habe, dass da oben nicht komplett am drüllen ist. Und ich bin wie um 9 Uhr heimgekommen und habe gemerkt, wenn ich das jetzt mache, wenn ich das jetzt noch wie die letzten drei Jahre von meinem Leben auf Zwang mit Selbsthass als Benzin durchziehen, dann werde ich erstens mal nicht einschlafen, ich werde komplett verkrampft sein, und es bringt meinem Leben gar nichts, wenn ich das jetzt mache. Ja, und was natürlich auch schlimm ist, ich probiere, da bin ich jetzt wirklich aktiv dran, ich tue auch gerne meine Tage bis zu überladen. Und ich habe dann auch gemerkt, bei allem eine halbe Stunde mehr einrechnen, ist einfach schon mal nicht schlecht. Also weisst du, wenn ich sage, ich habe irgendwie einen Termin um 2, dann kann ich irgendwie am 3 Uhr dann schon dort sein, und dort und dort, für das nächste Ding. Dann musst du sagen, hmmm. Nein, muss ich noch dazwischen können, dann noch Kebab essen und wichsen. Das ist schon das andere Leben. Aber was dann natürlich wirklich richtig, richtig übel ist, ist, dass du die Tage planst, du tust einen Vollladen mit Bullshit, wo du sagst, das muss ich machen, das will ich machen, das, 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 das. Und ich probiere mittlerweile, realistischer meinen Tag voll zu packen und bin jetzt aktiv daran, meistens dann noch etwas weniger. Weil sonst erreichst du nie, an einem Tag, erreichst du dann nicht das, was du dir vorgenommen hast und das fickt deine Psyche so heftig. Ja, weil du immer enttäuscht bist. Ich habe das jahrelang gemacht. Du bist immer ein Failure, du bist dann immer daheim und du kannst, was du dann auch immer als Entspannung brauchst, kannst du nicht als das annehmen. Also weisst du, weil irgendwann gehst du trotzdem auf YouTube oder irgendeine Scheisse. Weil du dir ein Ziel gesteckt hast und du hast dich selber enttäuscht, weil du das Ziel nicht erreicht hast. Du kannst, du kannst da, du kannst in, 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 in Produktivität, da krasseste Menschen auf dem Planeten sein, du kannst 17 Videos am Tag schneiden, 3 Stunden Jokes schreiben, wenn du dir noch zum Ziel gesetzt hast, dass du den Marathon rennst und du rennst aber nur 12 Kilometer, kommst du heim und der Typ, der dich anschaut und sich denkt, so alter, was für eine Arbeit zu dir, ich würde schon nur gern 10% von dem können leisten am Tag und ich wäre happy, schau dir und denk, so alter, du bist der crazyste Workaholic Dude, den ich je gesehen habe und du sitzt und hast einfach einen Stein im Bauch, weil du denkst, ich bin ein fucking Versager, weil ich nur 12 Kilometer rennt bin und ich habe mir 42 vorgenommen und so, ich habe das gestern zum ersten Mal gemerkt, du wirst für immer etwas im Hinterdrein rennen, was absolut nicht machbar ist, wenn du dir Ziel, eben in deinem Mikro, wenn du dir Day-by-Day-Ziele strickst, wo überfordert sind, wo zu viel sind, plus, was ich auch nie gemacht habe, ich habe mir nie meine Wochen angeschaut und gesagt, okay, gut, arbeiten, Comedy, Training, wo gibt es ein paar Stunden in dieser Woche, wo ich Spass einplane, wo ich Leisure einplane, wo ich geile Shit und ich Entspannung einplane, gibt es, es gibt, es gibt in meinem Wochenplan, also ich habe keinen Wochenplan, aber es gibt so in meinem To-Do da oben, in meiner To-Do-Liste gibt es nie den Moment, wo ich sage so, und da war ich auf zwei Stunden lang fucking Füße auf, gibt es, und das muss ich jetzt auch, das möchte ich jetzt auch anfangen zu machen, zum sagen so, und auf das freue ich mich, weil dann kann ich vorher sagen, ich habe geschafft und jetzt wird genossen. Und vor allem, wenn du dann so eine Tag hast wie, auch wenn es nur SRF ist, wo du schaffst, habe ich für mich auch gemerkt, heute mache ich nochmal einen Podcast und früher hatte ich dann auch irgendwie das Gefühl den Dienstag, wenn wir ihn aufnehmen, hatte ich das Gefühl, ich ballere dort noch irgendwie zwischen den zwei Podcasts, mache ich irgendwie noch eine halbe Stunde Mails und irgendwie danach fahre ich dann irgendwie dort an und mache noch das. Und eben das Ding von sich wie einem Versager fühlen, habe ich dann auch gemerkt, man muss ja dann vor der anderen Seite sehen, dass wenn ich an einem Tag irgendwie einen Interview-Termin habe und irgendwie noch zwei Sitzungen und solche Sachen, das ist auch das Arbeiten, das ist auch Sachen, die ich erledigt habe. Also mir kostet es gerade sehr viel, hier zu sitzen und mit dir zu sprechen. Es ist wirklich eine schwere Arbeit. Es ist eine schwere Arbeit. Das ist eine reine Pflichtveranstaltung für mich hier. Es kostet mir Überwindung, ich muss nachher direkt, dass es mir gut geht, einen Big Mac. Spasslos ist genau das. Du denkst dir dann, ich habe ja nur Jokes geschrieben oder nur Mails beantwortet. Du bist trotzdem eine Dreiviertelstunde irgendetwas am Umknübeln gewesen, was du machen musst, was die Ressourcen kostet. Ich glaube, wir sind dann sehr im gleichen Spital krank. Du beschäftigst natürlich weiter als ich, was die Früherkennung angeht, was die Planung und Strukturierung angeht. Ich muss mehr Strukturen in Sachen reinbringen und ich glaube, dann ist es, wenn man sich auf Strukturen lernen kann, es ist ja schwierig als Comedian, als Künstler generell, Leute, die selbstständig sind, du musst dir die ganze Struktur selber gehen. Darum habe ich aber zu den Gedanken, weißt du, wie gern war ich? Ich bin Militär und habe zwei Striche auf der Uniform und ich habe irgendeinen Dude in meinen Arsch und sage, jetzt rennst du auf den Hügel, nicht hinterfragen, einfach machen. Klar, vielleicht sollte mir zwei Tage gut gehen und dann würde ich denken, Alter, fuck this shit. Aber in dem Moment, wo mir die Struktur fehlt, sehne ich mich nach einem anderen Extrem und sage, wieso kann ich nicht neu sein, wo jeder eine Uniform hat und keiner, ich weiss nicht, wo du herkommst, was die Familiennamen ist, ich weiss einfach, du hast mehr Strich, weniger Strich, mehr Zange, weniger Zange, ich lasse das Gewehr 17 Mal durch, weil es ist einfach meine Aufgabe. Weißt du nicht, ich meine es ist so. Ich hatte das nicht bei Militär, weil ich bin nicht ins Militär, aber ich hatte das, wenn ich die, ich denke, so ist es Militär. Als ich die Kinderserie gedreht habe, du bist sechs Wochen in Amsterdam und es ist von A bis Z alles für dich erledigt. Ich war in einem Hotel, das heisst, es wurde jeden Tag gesputzt und aufgeräumt. Ich musste nur etwas schauen, ich musste schauen, wann muss ich am Set sein und was ist der Text, den ich sagen muss. Das ist aber auch schon klar, das ist einfach so die Daily Aufgabe, die du dir gibst. Wann muss ich wo sein und was muss ich erzählen. Das sind die einzigen zwei Tasks, die ich wirklich hatte. Ab dem Moment, als ich am Set war, hat dir jemand irgendwie frisiert, geschminkt, dann nachher bist du zur Wardrobe, die haben gesagt, für diese Szene ziehst du das an, nachher kommst du zurück, dann nachher ziehst du das an und dann nachher irgendwann heisst es, so, jetzt ist Mittagspause, jetzt könnt ihr essen. Das Essen ist auch einfach auf dem Tisch, weil eine fucking Kuchiemannschaft dir das vorbereitet hat und es ist die ganze Zeit, Tag für Tag ist das so gegangen und dann hast du auch irgendwie gewusst, ah, jetzt habe ich zum Beispiel Weekend und dann sind irgendwie alle in der Stadt in einem Club Drogen gefressen. Also es ist einfach, es ist alles durchgeplant gewesen, es ist alles klar gewesen und ich weiss noch, wie ich zurückgekommen bin und nach der ersten Nacht wache ich so auf, so, fuck. Erstens habe ich das Gefühl, ich habe verpennt und dann habe ich zweitens so eine mega Lehre, ich habe so, fuck, was mache ich? So, eben, was ziehe ich an? Was isse ich? Also weisst du, so komplette Überforderung. Ja, ja. Weil einfach, und dann erklärt es für mich auch, warum irgendwie, eben zum Beispiel Schauspielmenschen zum Teil richtig fucked up people sind, weil einfach alles für sie erledigt wird. Ja, ja, vor allem high level. High level. Also weisst du, so Johnny Depp und so auf das Level, so durch ein Personal Assistant vom Personal Assistant. Es fährt aber schon früh an, weil ich habe dort eine gesehen, die ist 17, die hat vor Ort noch nie irgendetwas mit Schauspiel zu tun gehabt und am Set sagte sie dann irgendwann so, ich brauche Wasser und natürlich schaut dann jemand, dass sie Wasser kriegt. Sie läuft nicht selber die 10 Meter zum Foodcard, wo es genug Wasser hat. So, dann kriegt sie das Wasser und sagt, nein, ich will Evian. What? Und tatsächlich fährt dann jemand in irgendwie das nächste Läden und ich gehe fucking Evian kaufen, weil der Auftrag am Set ist, wir müssen schauen, dass es den Schauspielern möglichst gut geht, damit sie ihre Arbeit können machen. Und wenn das nicht genug für ihn checkst, mach das mal in einer Comedy-Backstage. Ja, aber darum liebe ich Comedy so. Mach das mal, wenn irgendein Dude mit einer Hornbrille von einem Kleidtheaterkunden sagt, nein, da ist der Backstage. Der Backstage ist eine fucking alte Banane und eine Glasflasche Ebtico und sagt, Ebtico hat mir zu viele Minerale Händler Falzer, Alter, gang, gang, ich mache Comedy, fuck you. Darum bin ich dann auch so dankbar, wenn ich in einer Backstage bin. Ich finde es dann megaherzig, dass es in einer fucking frumpflenden Banane dort steht. Das ist das Beste. Es ist aber das genaue Gegenteil, weil wo wir dann diese Reitreite haben, einmal ist sie irgendwie gepisst und dann kommt eine und dann ist nochmal ein bisschen blöder, es war eine kleine Inderin und die hält mir den Schirm. Und ich so, nein, nein, gib mir den Schirm. Ich will sicher nicht, dass eine kleine Inderin neben mir steht und einfach den Schirm hält, obwohl ich nichts zu tun habe. Was jetzt mit ihrer Nationalität zu tun? Weil das sieht von aussen noch dümmer aus. Ah, ich sehe. Weißt du, wie ich meine? Ja, sie ist so da gestanden. Ja, sie ist so da gestanden und ich habe nichts zu tun. Und ich so, nein, ich nehme das. Und dann sagt sie, bitte, weil das ist mein Job, ich habe sonst nichts zu tun. Jesus. Und dann hat sie gesagt, okay, dann halten wir ihn zusammen. Oh. Oh, ich habe es nicht. And that's how I met your mother. Nein, das ist so weird, wie einfach dort dann alles auf das drin ist. Das muss eine komische Welt sein. Und das dann eben bei den Leuten wieder aus. Stell dir mal vor, in diesem Fall du, all die fucking Giggeligagge von der Kindersendung, stell dir mal vor, so am Set von Fast and Furious. Natürlich. Und dann merkst du ja auch, die Probleme, die sie bei Fast and Furious hatten, ist ja irgendwie, der redet nicht mit dem. Ich habe random Fast and Furious genannt und die hatten effektiv noch Probleme am Set. Bruder. Wirklich? Also der Vin Diesel und der Paul Walker haben sich absolut gehasst. Und was ist, das ist sogar irgendwie kürzlich, ist das wieder mal losgekommen, der Jason Statham und der Rock haben vertraglich festlegen lassen, dass ein Fight verliert gegeneinander? Also was ist so zu wie angekratzt ist dein Ego, wenn du in einem Fake Fight in einem Film vor einem Greenscreen ... What? Ja. Oh, Alter, vor allem Dwayne The Rock Johnson, der seine Karriere darauf aufgebaut hat, Fake Fights zu verlieren und zu gewinnen. Und ich dachte, Boy, Boy, Boy. Und das sagt, hey, aber jetzt bin ich der Filmstar, ich verliere keinen Fight mehr. Oh, das ist fucking next level. Wobei, gell, wir wussten nicht, wie wir wären in dieser Situation. Aber du und ich die grössten Moviestars der Schweiz wären. Und wir müssten im Schnell und Sümpftig 11 müssten wir gegeneinander kämpfen. Ich würde auch sagen, sicher nicht. Sicher nicht verliere ich gegen Kollegen Pinselkopf, aber auf gar keinen Fall. Ganz sicher nicht. Nein, stimmt. Aber das ist eben, es tut sich dann alles auf eine andere Stufe legen. Klar, also es ist halt, ich bin zum Glück noch, ich habe einen Jobbemesser in der gewissen Strukturen gibt, aber ich merke so alles drumherum. Keiner bringt dir bei im Comedy, wie viele Open Mics musst du machen, wann kommst mit deinem Solo raus. Ich meine, mir fragen jetzt Leute, ob ich ein Solo schreibe, es gibt andere Leute, ich bin jetzt vier Jahre am Comedy machen, es gibt andere Leute, die haben dann schon eins gemacht, ich finde, ich bin noch nicht bereit, ich habe genug Material, aber es macht noch keinen Sinn, ich weiss auch nicht, wieso ich jetzt mit einem Solo raus kommen, wenn ich noch nicht mal konsistent kann, in 20 Minuten Spots jedes Mal das gleiche Niveau abliefern. Es gibt keine Blueprints, gibt keine Gewerkschaft, es gibt keinen Werdegang, wo dir jemand sagt, so, nach vier Jahren machst ein halb mit, nimmt keinen Opener mit, Sieg vorhat mindestens dreimal Opener von verschiedenen Keine Ahnung, keiner sagt dir das, und das ist halt so, es klingt sehr privilegiert, aber es ist so ein Ding, was ich auch in meiner Studiezeit gemerkt habe, in meiner Zeit nach der Matur gemerkt habe, es ist ein super white privilege Problem, aber wenn du alle Optionen offen hast, kann das auch wahnsinnig erdruckend sein, wenn du in einem Land lebst, wo du jeden Beruf lernen und jedes Studium machen und du fast unmöglich auf der Strasse landen weil so viel Geld rum ist, dass in der Bundesverfassung ein Gesetzesartikel verpflichtet ist, dass du nicht auf der Strasse landest, minimal Einkommen, egal ob du ausgeschüttet bist oder nicht, einmal habe ich es damals im Youth Studium so verstanden, wenn du eine super abgehobene Erkenntnis und dann fühlt man sich doppelt noch schlecht, wenn man vor dem Berg an Möglichkeiten steht und sich denkt, ich könnte all das und dann denkst du was soll ich jetzt machen und wie strukturiere ich es mir während irgendeine Dude in den Philippinen dort sitzt mit 9 und die Nike T-Shirt neigt und ich denke was bist du für eine verzogenen Huse und mach so so geht es mir mit der karriere und ich denke ich weiss nicht wie viele auftritte pro woche genüge sind ich weiss nicht wie man für sich verhandelt ich weiss nicht wenn es Zeit ist den nächsten schritt zu machen was ist der nächste schritt so sachen und dort absolut fehlt so die struktur wo genau das passiert wo ich am mittwoch morgen aufwache und anstatt wie geil was sich andere wünschen liege ich dann dort und bin einen halben tag lang in einer super anspanning wenn ich denke ich muss irgendwie produktiv sein um weiterentwickeln das ist der gedanke ich muss etwas kreieren ich muss damit ich mich als mensch wertvoll fühle muss ich produktiv sein das ist so der gedanke den ich permanent habe und dann habe ich keine Struktur von das sitze an und schreibe in halb stunden kacki jokes bei drei stunden auf youtube und nach hasse mich ja aber ich glaube ich habe das Buch peak performance du hast dann aber nicht mit genommen ich lese doch nicht bitte aber mir hat das damals extrem geholfen weil ich weiss für halt vor irgendwelche medienjobs bin ich dann habe ich angefangen mit der comedy und bin dann recht schnell in eine selbstständigkeit gegangen wo ich fand ich höre jetzt die medienjobs und mache jetzt nur noch comedy und für mich ist retrospektiv betrachtet ist eigentlich der grössere struggle gesehen bei comedy hatte ich so einen Plan weil es gar keine andere möglichkeiten gab ich nicht vergehen 7 open max pro woche spielen das heisst dass ich spielen musste die eigenen mix shows organisieren und solo machen und dann hatte ich für mich wie einen klaren blueprint okay ich muss solo haben das probieren wir in Theater und sonstige locations zu bringen und probieren möglichst viele mixed shows zu machen im comedy bereich an sich ist für mich wie alles klar aber die Selbstständigkeit hat mich am Anfang auch so hart bumst weil ich einfach so gedacht habe eben shit jetzt habe ich einen Tag genau das was du jetzt beschrieben hast irgendetwas muss passieren und irgendwie war es aber und in dem Buch ist eigentlich sehr sehr klar was auch eigentlich logisch ist was man auch vom Training sagt und so weiter und so fort dass du überhaupt auf einen Peak kommen musst du auch ab und zu eine Baseline haben wo nichts passiert weil sonst bist du eben konstant in dem Hamsterrad am strugglen und denkst es muss wieder etwas passieren und jetzt kommt natürlich wieder der Papa Joel darum sagt er dir seit Jahren vielleicht sind zwei Auftritte weniger in der Woche nicht das schlechteste weil ich dann eben der Überzeugung bin dass nicht mehr das Maximum raus geholt werden sonst ist eben einfach die Quantität ballern aber ich habe früher so wenig Auftrittsmöglichkeiten hatte dass ich wenn ich einen hatte dann habe ich alles in den reingelegt dann ist das für mir das sacred shit so wow und jetzt hast wieder einen jetzt kannst fucking auftreten und dann mache ich zum spiel die quatsch comedy club wie nach rutschen wo zehn shows in sieben tagen sind und dort habe ich gemerkt wenn ich so fünfte sechste show mit so gleich gültigkeit auf bühne bin und es hat natürlich sofort hat das ein bisschen set geschwächt und warum weil ich natürlich in meinem Kopf habe ich in zwei stunden noch mal ein ich morgen mal so da alten auftritt bin ich dort bei dir dass die müh in der shit sind aber wenn du testest wenn du probierst material zu entwickeln finde ich genau der approach von man hat sechs shows in drei tagen finde ich super weil du fährst am ersten tag an mit neuen zwei minuten bettet in alte drei fünf minuten und die neuen zwei sind dann für testen und entwickeln finde ich der quantitäts approach richtig gut das verstanden einfach immer aufgetreten ohne überhaupt zu wissen wieso ich behaupte auftreten weil wenn ich es nicht mache sitze ich daheim an schlechtes gewissen denke die anderen werden besser als ich fair und aber und aber auch und aber und auch dort denke ich dann konkretes Beispiel 079 habe ich mit vier Auftritte eigentlich kreiert so und das innerhalb von vielleicht zwei Wochen und dort bin ich dann auch an die wenigen Open Mic die sind gegeben und ich habe das Gefühl da ist etwas ich habe das einmal in einer Mix dazwischen habe ich mal eine halbe Minute gemacht ich will das weiter erarbeiten und in dem Zeitraum von zwei Wochen vielleicht auch fünf Auftritte gemacht wo ich immer an dem Bit schafft habe und dazwischen habe ich immer in aller Ruhe das konnte merken da ist vielleicht das nicht so das behalte das schmeisse ich wieder raus das heisst ich verstand dort den Short Approach innerhalb eines Tag kann ich ein neues Bit kreieren weil ich in vier verschiedenen Shows das schnell geworkshoppt habe aber dort denke ich wenn man jetzt nicht einen Zeitlichen Druck hat das Bit muss morgen stehen weil morgen habe ich einen Fernsehauftritt und sie haben gesagt mache etwas Neues oder keine Ahnung was irgendetwas Utopisches dann schadet es auch nicht dass das mit ein bisschen Distanz ist weil es unterbewusst sein ist irgendwie am Bit es kann einen neuen Einfluss kommen paar Tage später wo man in einer entspannten Phase auf einmal so findet ohne dass man bewusst jetzt an dem Bit schafft denkt mir an das Bit weil es bleibt ja immer bei einem und so oh shit wieso bin ich noch nie auf diese Idee gekommen weil unterbewusst sein man hat noch gut geschlafen man ist mit dieser Idee ins Bett oder keine Ahnung was denke ich dann auch es vielleicht nicht so schlecht wenn es ein bisschen mehr Raum hat Ja wie ein guter Rotwein Ja muss es bit dekantieren Ich denke ich orientiere mich an Vorbilder aus dem amerikanischen Raum wo ich zu einem auffluege Louis CK Bill Burr Joe Rogan Andrew Schultz Mark Norman und die sagen alle unisono wenn man die Podcast Clips von Leuten findet die sagen alle across the board die ganze Zeit aufgetreten die ganze Zeit zu machen Stagetime Stagetime Ich meine Mark Norman ist heute noch er ist auf Welttour und verkauft aus und er macht am Montag und am Dienstag fünf Spots je in New York vom 8 bis 2 am Morgen macht er fünfmal 15 Minuten zum Shit ausarbeiten Klar man muss sich nicht mit anderen Leuten vergleichen aber ich glaube wenn die grossen Dudes Kevin Hart Dave Chappelle mit einer Box in Park und nicht für Leute die vorbeilaufen Stand Up gemacht weil er wollte testen Jokes testen wenn die Leute sagen der Approach ist so viel Baller und klar heute machen sie auch nicht mehr 5 Sets am Tag glaube ich ich mache ich nicht mehr auf Tour ich drei Shows am Dienstag, sondern vielleicht eine oder zwei, je nachdem, wie es mir geht. Ich tue es schon oft machen, weil am Anfang habe ich das gemacht und ich habe gemerkt, am Anfang konnte ich relativ schnell Bits entwickeln, Jokes entwickeln, relativ schnell verstehen, wie es funktioniert. Plus, ich muss auch sagen, wenn man es länger nicht macht, ist man sehr eingro... Wenn ich es länger nicht mache, schon unter zwei Wochen, wenn ich in den Ferien gehe und zurückkomme, die ersten zwei, drei Shows sind so... Es ist nicht eingewelt, es ist nicht flowy, man ist nicht präsent auf der Bühne. Ja, ja, also das ist... merke ich bei mir jetzt nach, äh, jetzt den elf Jahren, äh, alle diese Sachen verkürzen sich natürlich auch. Also selbst wenn ich zwei Monate Pause im Sommer habe, die erste Show bin ich nicht eingerostet. Ja. Sondern das ist dann so, das Muscle Memory Zeugs, das ist sicher aufgrund von den Stunden, die man schon auf der Bühne verbracht hat. Und, und, auch dort, ich verstand so fest, der Approach, amerikanische Vorbilder zu nehmen und, und, und... nach dem zu leben. Ich merke einfach dort, es gibt noch einen entscheidenden Faktor. Mhm. Sie reden von Comedy in Amerika und wie es dort funktioniert. Das heisst, wenn der Rogan viermal spielt, der spielt viermal eine High-Quality-Mixed-Show mit einem Publikum, wo Comedy durch die Vene fliesst. Die verstehen ganz genau, wo es ist. Das heisst, auch dort gibt es bessere Open Mics, es gibt schlechtere Open Mics. Und auch dort kommt dann nochmal ein Qualitätsaspekt dazu. Weil die gehen nicht... Auch die Normand geht nicht... Während Covid ist er ein bisschen an einen speziellen Ort und so. Das ist eigentlich ein Dächel. Ja. Aber sonst, der geht nicht an einen Open Mic in New York. Open Mic in New York sind 20 erfolglose Comedians, die fünf Sturz zahlen, dass sie auftreten dürfen. Ja, aber das hat er jahrelang gemacht. Das hat er jahrelang gemacht, zum gut werden, zum dann passed werden im Seller, im Gotham und so. Natürlich. Das ist ja der Werdegang. Du kennst ihn nicht vom Himmel und bist regular im Comedy-Store. Nein. Du gehst durch die scheisse Mikes durch. Was ich dir will sagen, ist, du bist qualitativ, bist du schon an einem Level, wo es oft nicht mehr viel bringt, wenn du an einem Open Mic bist, mit einem komplett anderen Qualitätslevel, als du bist. Und zwar an einem schwächeren, noch nicht so erfahrenen, um es diplomatisch auszudrücken. Ich weiß auch nicht, ob du mich öfters in der Stube gesehen hast, aber ich würde schon sagen... Aber Stube ist ja speziell. Ich finde Stube geil. Stube ist speziell, aber Stube ist genau der Raum, was es braucht. Ich finde genau, die Mikes braucht es ja, wo du nicht weißt, fuck, los, ist du die Hälfte zu oder nicht. Gotthard früher war noch viel rowdier. Alles klar. Alles klar. Stube ist wieder gut. Also Stube ist wieder, vor allem jetzt, was kälter ist und dunkler ist, bummsvoll. Absolut. Die meisten Leute an dort sind. Für die Performance, für sich Wohlfühlen auf der Bühne, zum Lehren, wie kann man mit verschiedenen Situationen umgehen, ist Stube perfekt. Der Frank hat mir zum Beispiel nach der Premiere gesagt, äh, wie großartig das Programm gefunden hat. Und, wie geil es gesehen ist, zu sehen, dass Bits, die in der Stube nicht funktioniert haben, jetzt, bei meinem, das ist nicht nur mein Publikum, aber bei einem Publikum, wo Geld zahlt hat und eine Comedy-Show wild gesehen, killed. Fucking killed. Was mir natürlich auch Freude macht. Und, und da ist, ist für mich schon ein Assessment, vorher passiert, dass ich, dann zum Beispiel, trotzdem an das Bit glaube, auch wenn es jetzt in der Stube nicht funktioniert hat. Ja. Weißt du, aber ich habe da ein paar wirre Ideen und das will ich jetzt ausbauen. Es ist mittlerweile auch das. Also es ist mittlerweile auch das. Das ist mir alles klar. Ich gehe mit einer Idee auf die Bühne und ich denke mir wie so, okay gut, also, ich verstand jetzt nach vier Jahren, was so Leute wie der Rogan oder zum Beispiel der Dings, halt, der, wie heisst er, der Russell, Peters, ist schon, Weltmeister in dem, dass er keine Joke schreibt, auf die Bühne geht mit einer Prämisse und dann im Moment muss der Muskel von, okay und jetzt, jetzt, jetzt drüllen wir, jetzt drüllen wir den Hahn auf. Ja. Der Muskel trainiert er ja, er zwingt sich ja, auf eine Bühne zu gehen und dann sagen, gut, das ist die Idee und jetzt schauen wir mal, ob wir da bomben oder ob wir da killen mit dem. Und das ist, was ich mehr will, machen, weil ich möchte, in den fünf Minuten, ich verstand auch jetzt, was du meinst, mit denen, die fünf Minuten bringen nicht so viel zum etwas aufbauen. Ich darf jetzt, das ist, ich bin sehr froh um das, ich finde es auch mega cool, ich darf zum Beispiel an den englischen Shows, ich habe mich in der englischen Szene tatsächlich können etablieren in der Schweiz, einmal in der Mike-Szene, ich bin jetzt nicht an den Shows und so, bin ich halt nicht, ich brauche halt immer internationale Acts und so, aber ich bin immer mit der Freitag-Headline in Zürich, 30 Minuten auf Englisch. Ja. Und ich habe an der englischen Shows mittlerweile das Privileg, dass ich einfach ein Drop-In machen kann und ich kriege zwölf Minuten, 15 Minuten, 10 Minuten. Bombe! und dort merke ich dann, teilweise gehe ich dort auf Bühne, ich weiss nicht, was jetzt, wirklich, ich gehe einfach, ich habe nicht einmal eine Struktur in meinem Kopf über welche Bits, es kommt einfach im Moment und dort fange ich langsam einfach zu verstehen, dass das dann eine andere Disziplin ist, als mit einem Zettel mit drei Bits sagen, Bits 1, ha ha ha, nicht ha ha ha, Bits 2, okay, kein ha ha ha, Bits 3, halb ha ha ha. Das ist ja so, wirklich, das ist ja so der Lego-Stein, der Basic-Lego-Stein ist wirklich so Idee, Open Mic, lustig, nicht lustig und dann später kommt es so, okay gut, kann man sie irgendwie ineinander hineinverwerben, kann man sie verbinden, wer bin ich noch in dem Inhalt und dort merke ich langsam, ich habe zum ersten Mal Bock bekommen in den letzten paar Wochen, ähm, nicht einen Solo zu machen, aber längeren Auftritt selber sozusagen, ich möchte mal, eben, ich möchte mal so 30, 45 Minuten auf der Bühne stehen und alle Ideen anfangen zu zusammensetzen, ich möchte mal, ich möchte mal ein bisschen mehr Substanz dahinter bringen, weil ich gemerkt, also, ah, weil ultimativ, auf was ich Bock habe, sind nicht, alle Mixed Shows in allen Ehren, ich möchte nicht meinen Lebensunterhalt damit verdienen, mit sechs anderen Nasen mir ein Publikum zu teilen, wo uns alle nicht kennen und einfach wegen dem Posten und wegen den 70 verschenkten Energy-Tickets hierher kommen, ich will nicht, ich will können in einem Raum sein und Crowd, muss nicht groß sein, aber ich will können in einem Raum sein mit Leuten, die verstehen, wer ich, möchte sie auf der Bühne sein, wo wir vertrauen, dass ich es gut mache und wo sagen, gut, wir haben jetzt die XY-Zahl vorangezahlt, zum dir 90 Minuten zu, das, was dir passiert, dass Leute kommen und sagen, gut, finde ich funny, ich kenne das neue Programm nicht, aber ich vertraue ihm, dass es gut wird und wir schauen es uns jetzt an. Und für das, eben, für das sind fünf Minuten Spots, fünf Minuten Spots sind so, sind so der Duft, wo aus dem, wo aus dem Kochtopf rauskommt, wo du merkst, ah, das ist ein Bolognese. Weißt du, ah, gut, der Schmack gefällt, muss man ein gutes herangehen. wie zum Beispiel, kurze Jokes, One-Liner, die teste ich nicht einmal mehr, sondern, die habe ich zum Glück auch nicht. Nein, aber ich, ab und zu fällt mir irgendein One-Liner ein und danach habe ich meine Liste, jetzt zum Beispiel beim jetzigen Solo, schaue ich dann mal so ein bisschen drüber, weißt, passt irgendwann einer noch mehr drei oder so, nicht einfach, hey, und jetzt erzähle ich euch das, sondern, gibt es in einer Geschichte irgendeine Situation, wo der nicht der fremde Körper ist und dann bauen die drei, so, aber das teste ich nie vorher, weil, ich mache es dann im Solo und, glaub mir's, dort bin ich dann sehr radikal, wenn er am ersten Abend nicht kommt, dann ist er sofort weg. Boah, Dann ist er einfach weg. Das ist nicht die Dreierregel? Nein, bei so kurzen Sachen nicht, weil ich, ich spüre ja, wie der Rest ist im Raum und ich sage, also, wenn er nicht funktioniert im Vergleich zu dem, ja, im Vergleich zu dem, okay, aber da ist auch die Erfahrung zum sagen, okay, gut, ich spüre, ich weiss. Dann ist er weg. Bin ich aber auch mittlerweile so am Punkt und ich denke, okay, gut, ich teste jetzt ein bisschen, zwei, zwei, dreimal an und es ist mittlerweile lang, wie ich so, Alter, nach vier Jahren habe ich ganz die Anflüge von einem Gespür, die Anflüge von einem Vertrauen und es gibt gewisse Bits, wo ich, wie ich sage, so, ich stresse sie nicht komplett, ich tue sie vielleicht einfach zurück ein Katalog aber so, wenn sie nach dreimal, es geht ja nicht mal darum, dass die Leute teilweise lachen, weil ich es lustig erzähle oder so, aber ich merke so, ah, ihr versteht den Punkt nicht, ich resoniere nicht, ich rede jetzt über irgendwie, Alter, dass mich in meiner Kindheit dazu zwungen wurde, bei Klavier zu spielen und jetzt jedes Mal mit einer Klavierseckung in Panik anzunehmen, mein Vater findet das toll, Chopin und ich denke jedes Mal, ja, anxiety, so das, aber sie lachen teilweise, weil es lustig erzählt ist oder weil vielleicht, weil du trotzdem noch manipulativ genug bist, ein Punchline reinzunehmen, zum's auf, weißt, zum's afloat behalten, aber du merkst ja dann in der Energie vom Raum, ah, die sind nicht mit an Bord, genau, weil du fühlst es, das kommt ganz langsam, ich habe jetzt im Programm, habe ich eine Story, übrigens, es tut mir sehr leid, dass ich nicht dabei gewesen bin, alles gut, herzliche Gratulation zum neuen Programm, du bist ja auf Tour dann mit mir, das Programm heisst 9-11, mit den Nyers, Nein, aber ich habe nur schnell gratulieren, weil ich habe mitbekommen von diversen Kollegen aus dem Business, dass es, dass es sackstark in Nummer soll sein und dass auch der Raum, wo du es in Basel dafür ausgewählt hast, zu machen, hat, hat bleibende Erinnerungen hinterloser im Sinne von so alt, wie geil ist der Raum, bitte, ich weiss, aber ich habe es nicht gesehen, nein, nein, es ist im Foto, aber nicht da oben, sondern das Foto. Das Foto ist, ja, das Foto ist, nicht, wie heisst es, im Frühling, wo du dann zweimal Support machst, sind wir im Tabouretli, da sind wir oben. Dafür aber ein geiler Raum, das ist richtig Comedy-Club-Vibes, richtig, mit dem Tischchen und es geht so abend und hinten wieder auf. Genau, darum hast du beides, du hast, unten hast du das Theater, wo ein perfekter Comedy-Raum ist und oben hast, oben kommen die Dreckigen und oben hast du ein Comedy-Club, ja, ja, wirklich so, wie wenn ich Seinfeld-Folge schaue, und du siehst alle mit den Anzügelchen und den Kleidchen, wie sie so dort hocken. Ich hoffe, der Fabio hat dort Support gemacht vor zwei Wochen, vor drei Wochen und es ist geil gewesen. Schau dir da mal an Fabio, Alter, der Fabio, ich muss sagen, was für eine Routinie, was der eiskalte Raum kommt alleine raus, macht die ganze erste Hälfte, ich habe Support, weißt du, das Surprise-Act in der zweiten Hälfte gemacht. Ich muss sagen, Alter, ich habe den Fabio jetzt lange nicht mehr gesehen und er hat für mich mehrere Schritte, also du merkst, er ist voll drin, aber voll drin, all das Programm sitzt bombefest, die Confidence ist da, es ist richtig, ich bin richtig so Backstage, ich heisse, ich bin so, alter Fuck, du bist richtig abgegangen, du bist richtig, richtig, richtig gut, richtig, so, weißt du, so vorbildhaft, so wie du halt, einfach so kommt raus und gibt keine Fick, dass dort jetzt 100 Leute sitzen und er muss 90 Minuten performen, ich habe, ich muss mir in die Hose schiessen, wenn ich denke, so Fuck, man 90 Minuten, ich hoffe, oh bitte, bitte. Ja, aber da siehst du natürlich, dass der Fabio jetzt extrem viel Soloshows gemacht hat, weil das ist ja eben, wenn du den Stage-Time rechnest, oder, musst du natürlich so sehen, dass, wenn du 5 Minuten Spots kannst machen, dann musst du 20 Mal auftreten, dass du etwa auf die Länge kommst, von einem Solo. Mindestens? Ja, also nehmen wir jetzt 100 Minuten, aha, ja, 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 aber dann, aber du kannst auch nicht rechnen, die vier Minuten sind dann vorne und hinten vier Minuten, es häkeln da irgendwo, so, und darum, weiss ich natürlich, für mich jetzt auch, auch schon vor 10 Jahren, als ich Premiere hatte mit dem ersten Solo, weiss ich dann, ah, ich habe irgendwie, beim ersten Solo habe ich meistens irgendwie 2 Stunden gespielt, und sie sagt, das heisst, es gibt dir so viel Stage-Time, wo eben, alle möglichen Variationen schon passieren, vor, uh, jetzt habe ich sie komplett verloren, aber ich habe noch, ich habe noch gute 40 Minuten, bis die Show fertig ist, ich muss jetzt irgendwie, das fucking Loch, das ich da gebuddelt habe, muss ich jetzt irgendwie wieder zumachen, und so weiter, und das, das ist natürlich, eben, darum, das ist eine andere Diskussion, aber Solo, ich sage, mach einfach. Meinst du, es ist nicht zu früh? Nein, nein, weil du lernst so viel mehr, es ist so eine grosse, jetzt redet mit dem Wiederkehr, redet mit dem Cenk, der Cenk hat zwei Touren mit mir, hat er Support gemacht, und dann hat er die Premiere gemacht, von seinem Solo, und nachher hat Mark Leder gesagt, nein, nach dem ersten Tryout, hat Mark Leder gesagt, jetzt verstand ich es, jetzt verstand ich eigentlich all das Zeugs, wo du mir auf der Tour irgendwie gezeigt hast, erklärt hast, was ist der Schreib, da hat er ein Kleber am Uzi, was ist der Kleber am Uzi, das habe ich oft genossen, und öfters ignoriert, bis jetzt, aber ich schlafe jetzt, ich isse gesund, im Trine, ich fahre mich ein wenig zurück, ich mache jetzt, wie gesagt, nicht drei, ich mache jetzt oben nicht drei Open Mics, sondern ich mache Opener in der Staube, ja, und dann, gehen wir kurz Nacht essen, das ist aber geil, ja, treat yourself, genau, treat myself, Morn, Morn Stand Up Raw auf dem Schiff, hat die Hose massiv voll, weil ich letztes Mal einfach so asozial gehostet habe, Letztes Mal das Hosting war pure Unsicherheit. Ich habe Leute fertig gemacht, es war einfach nicht angenehm. Eben, das ist ja das Learning, oder? Es ist auch schön an der Comedy, es gibt dann eben wieder eine nächste Show. Auf jeden Fall, damit die Geschichte sicher fertig ist, was ich noch schnell sagen will. Im neuen Solo habe ich eine Story, die ich wirklich spiele, sie mega gerne, ich liebe sie zu machen. Es kommt auch geil. Und die habe ich viermal vorher bei Mixed Show, Open Mic, was weiss ich, habe ich die gemacht. Und ich schwöre es dir, beim ersten Mal ist nichts gesehen. Fucking nothing. Einfach so, drei Minuten erzähle ich einfach die Geschichte. Und dort habe ich noch nicht einmal einen wirklichen Lacher gehabt. Und trotzdem habe ich irgendwie ein Gespür gehabt, dass ich gefunden habe, ich glaube, da ist etwas. Beim nächsten Mal erzähle ich sie wieder drei Minuten, ziemlich still, aber so ein bisschen Schmunzler. Und ich denke, okay, ich will sie verstehen, was ich eigentlich will sagen in dieser Geschichte. Und dann habe ich aus dem Nichts einen geilen Schluss-Joke. Und ich so, ich muss irgendwie aus dieser Nummer rauskommen, improvisiere etwas. Ich so, ah, geil. Dann habe ich mich richtig daran festgehalten. Beim dritten Mal ist es schon eine passable Story gewesen. Ich habe gesagt, es ist okay, wir haben ein paar Lacher drin. Ah, ich habe noch den Aspekt reingebracht, ich habe das. Das habe ich rausgenommen. Und beim vierten Mal bin ich eigentlich schon recht dort gewesen. Es hat sich jetzt noch ein bisschen verbessert, aber ich bin schon recht dort gewesen, als ich es wollte. Und dort habe ich wieder gemerkt, wie es einfach ein Glas auf das Gefühlvertrauen gewesen ist. Es konnte genauso gut sein, dass ich noch vier Shows gesagt habe, okay, wir haben es probiert. Ich habe irgendwie daran geglaubt. The people will decide it. Ja, das ist ja das Schöne. Du kannst das Beat so geil finden, wie du willst, dude. The people will decide it. Und ich musste, weil die Premiere-Vergänge ewig lang gegangen ist, musste ich natürlich rigoros rausstreichen. Nachdem ich schon bei den Tryouts überhaupt die Auswahl rausgestrichen habe, rausgestrichen habe, rausgestrichen habe. Und ich musste jetzt wirklich so klassisch ein paar Darlings wegschmeissen. Wirklich einfach so, ah, ich liebe diesen Joke. Und dann bist du einfach so, schön gesehen. Schön gesehen, danke, bye. Ich habe keinen Fack im Plan, was dort auf mich zukommt. Und umgekehrt gibt es ja dann auch die, wo du dir denkst, das ist der dümmste Shit, den ich je erzählen werde. Aber ich probiere es aus, weil ich mache es einfach. Und ich sitze ab dem ersten Mal wie eine... Ich habe vor Ort... Es ist nicht einmal ein Bit. Ich erzähle es dir, es ist im Moment gerade so das, wo ich am meisten Potenzial drin sehe. Weil es ist zum ersten Mal eine Story. Ich bin ja nicht so der Storyteller, ich bin eher so der... Hässig rumschreier und mich über Sachen aufregen und dann alle richtig mit dem Finger zeigen. Das ist eine Story über mich, über etwas Dummes, was ich gemacht habe, über etwas Peinliches, was ich erlebt habe. Und es ist einfach straight up... Wenn ich das erste Mal gemacht habe, ich habe das in der Stube gemacht, vor vier oder fünf Wochen, und ich habe das erste Mal gemacht, ich habe einfach... Es ist nichts geschrieben gewesen, keine Punchline. Ich habe einfach nur erzählt, was mir passiert ist. Und die Story in sich ist so... Komödiantisch, so dumm, so peinlich. Und ich muss mehrmals betonen, dass es zu 100%... Weil wenn ich es dir erzähle, ist es so... Nein, 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 ist nicht passiert. Und ich so, doch... Genau, aber zu... Und ich habe das... Das ist jetzt eine 3- oder 4-Minuten-Story. Und ich habe die nicht angelangt. Ich mache die seitdem so ein bisschen als closer, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und sie ist einfach ab der ersten Sekunde, genauso wie sie steht, hat sie einfach von A bis Z funktioniert. Und ich habe einfach gedacht, so what the fuck. Teilweise gibt es... Und teilweise ist es eben genau das. Teilweise bombst und bombst und bombst und du vertraust aber an den Bitten und dann bombst du so ein bisschen und das funktioniert und du musst es zusammenknübeln, Alter, und irgendwann ist es denn etwas. Und es ist so wirr, wie es eben kein Schema gibt. Es gibt keinen Schrittprozess. Es ist wie in der Musik, wo irgendwie einen der grössten Hits, den du ever hast. Und dann heisst es fucking 15 Minuten. Irgendwie einfach die Melodie im Kopf hatte, da hinsessen blum blum blum. Wie der Post Malone, der all seine Hits auf dem WC geschrieben hat. Wird einer der grössten Hits. Mit allem Schissen. Und andere Lieder. Knorz ist dich zu tot. Und du gehst nochmal ins Studio und gehst nochmal völlig neue Verse einsingen. Und keine Ahnung was. Ohne wirklich viel über Musik zu wissen. Ich wollte gerade sagen, du gehst nochmal neue Verse einsingen und dann noch das Hi-Hat. Das Hi-Hat? Das war der Fehler. Bass. Bass kommt glaube ich auch vor. Nein, aber ich habe zum Beispiel die Luis Capaldi Doku geschaut auf Netflix. Und sie ist so krank, wie dann, er muss das zweite Album machen und er schreibt ein bisschen in einer Schrippolokade und keine Ahnung was. Und dann hat er aber irgendeinen Song und zeigt ihn seinen Eltern. Und ich höre das und ich finde, das ist ein guter Song. Und ich denke so, oh mein Gott, jetzt siehst du irgendwie beide Eltern heulen und sagen so toll und was weiß ich. Und sie hören einfach zu. Und nachher so, jetzt scheit. Seine Älteren sind seine Producer, oder? Nein, er zeigt sie ihnen einfach so. Jetzt scheit. In der Küche. So, hey, wie findet ihr da? Und beide so. Jetzt scheit. Der Vater sagt, Alter, kein Wunder macht dieser Typ eine Pause und ist depressiv, Alter. Richtig. Und der Vater sagt, Die Sonne füllt weltweit Stadien. Zeig dir einen Song. It's scheit. Und er sagt, it's scheit. Und er selber dann auch so, ne, aber geil. Und dann sagt die Mutter, ja, es ist irgendwie nicht so der alte Luis und ich spüre es nicht so. Und na, na, na. Und dann ist es so. Ah, okay. Ah, okay. Ich meine, das Gute ist, ich zeige meiner Mutter so diverse Comedy-Bits von mir und sie sagt immer so, wo, ich verstehe es nicht. Wo ist der Witte? Aber? Es ist so. Sie sagt nicht, es ist scheisse. Sie haben mich ja bei dir live gesehen, sie haben es gut gefunden. Sie haben mich einmal bei dir live gesehen und sie haben es funny gefunden und haben dann gefunden, hey, der Schohe, schau mal nicht, wir gehen ins Heim. Sind sie wirklich geil? Ja, sie sind gegangen. Sie sind skrupellos gegangen. Wegen dem Schreibprozess, das wollte ich dich noch fragen und dann sind wir wahrscheinlich, ja, du schaust auf die Uhr, ob du merkst. Ja, easy, easy. Der Schreibprozess, ich habe den Luis. Nachher habe ich eben einen richtigen Gast. Weisst du den noch? Yves Bossard. Weisst du Yves Bossard? Äh, Sternstunde Philosophie. Ist das nicht Babsi? Beide? Sie haben ja zusammen, Bleisch und Bossard. Ja, ja. Aber der Felix Lobach geht nur zu Babsi. Ja, das ist mir klar. Hat er mir einmal erzählt. Ja, das ist mir klar. Hat er mir einmal erzählt. Weisst du mal irgendjemand? Was? Zeig ihn mal. Oh boy. Sieht aber wirklich, sieht aus wie der Benny Huckel, wenn er Philosophie studiert hat. Aber genau so. Gehen wir mal, ich habe eben gesehen, dass du ihm folgst auf Instagram. Er hat mir gefolgt und ich habe ihm zurückgefolgt. Ich weiß immer, was das ist. Ich habe gedacht, SRF muss zusammenheben. Er hat jetzt gerade ein Buch rausgebracht über Humor. Also die Philosophie vom Humor. Ich wollte gerade sagen, Alter. Hold your horses, Alter. Mach mal drei Open Mics und dann schreib dein Buch. Der Schreibprozess. Der Louis ist vor einem Jahr beim Joe Rogan auf dem Podcast gewesen und sie haben relativ krasser darüber geredet, weil der Louis hat ja effektiv zwei Jahre hintereinander zwei Jahre hintereinander eine neue Hour gehabt. Und der Rogan hat, wie gesagt, erstens mal ist es untypisch, dass die Comedians das machen. Zweitens mal sind sie wirklich beide sehr gut gewesen. Was ja eigentlich untypisch ist, weil du entwickelst ja eigentlich eine Stunde. Also so wie es die Amis machen, wie gesagt, ich kenne nur der Prozess, sie entwickeln eine Stunde in Clubs. Das dauert, ich würde sagen, es dauert schon etwa ein halbes Jahr, bis sie eine Stunde haben. Und dann nehmen sie die Stunde und gehen sicher eineinhalb bis zwei Jahre damit auf Tour, bis sie sie tot gespielt und perfektioniert. Und eben der Rogan redet vor zwei, dreihundert Mal gespielt. Ja. Dann nehmen sie die finale Version, mieten sich ein geiles Theater, einen geilen Club, einen geilen Venue. Und dann kommst du auf Netflix. Holen ein ganzes, ganzes Kamerateam und machen zwei Tage je zwei Shows. Ja. Haben immer das Gleiche an und nehmen aus den vier Shows die besten Bits, schneiden sie zusammen so, dass es aussieht, das wäre es eine Show gewesen. Das kommt auf Netflix. Lustigerweise nehmen sie dann trotzdem meistens... Meistens das Meiste von einem, ja. Genau, eine Show und wirklich nur für irgendwie, keine Ahnung, transitions oder kleine Details, nehmen sie etwas von nebeneinander. Ja. Zum Beispiel Louis hat bis im letzten hat er das genommen, wo er eine fucking Flag auf dem Shirt hat und sich zu tot aufkriegt hat, aber er hat gesagt, es ist die fucking beste Show. Und der Segura hat, glaube ich, was ist es gewesen? Da hat sie irgendwie sieben, nein vier, fünfmal aufgenommen. Er hat viel gefilmt und hat dann das müssen auch, wo das Make-up verkackt gewesen ist. Eben zum Beispiel auch und die Producer haben gesagt, hey, bei der dritten, da haben wir es voll im Griff gehabt. Perfekte Shots und wirklich immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Und da ist es, glaube ich, die erste oder die zweite, die gesagt hat, alles von der, ich sag's euch. Und irgendwie der Manager auch noch so, ja, aber bist du sicher? Also, yes. Kennt nicht der Shane Gillis, der Shane Gillis hat alles drin gelassen. Legende. Ja. Der Shane Gillis ist ja gehäcklet worden, mit Leuten geredet und so, und er hat alles drin gelassen. Das ist so geil. Ja gut, das geilste ist immer noch prior, wo die erste halbe Stunde, ja noch nicht mal, es ist noch, es ist noch das Licht an, die Leute sitzen noch an, und auch roasted, die fucking, da hat irgendwie crackle. Seventies, different time. Ja, very different time. Aber auch roasted. Ich bin auch selber noch voll verpfupft, da oben, mit dem, was ich da angehabe, so die Bellbottom-Seiten. Aber es ist, glaube ich, auch das Programm, wo er erzählt, wenn er sich fucking, wenn er sich fucking verbrennt hat. Wichtig nicht. I set myself on fire. Das Bitt ist, oh mein Gott. Auf jeden Fall, ja. Einmal der Louis erzählt, der Rogan fragt ihn halt, wieso alle wir, also es ist recht krass, wie machst du das? Und der Louis sagt, der Schreibprozess von er macht, wenn er weiss, er muss eine Stunde relativ schnell entwickeln, er macht wirklich den voll methodischen Ansatz von einer Bitt-Idee, der macht aus dem Bitt eine Minute, aus dieser Minute macht er fünf, aus diesen fünf macht er zehn, fünfzehn, zwanzig. Bis er zwanzig solide Minuten hat. Es müssen nicht alles über das Bitt sein, aber du weisst schon wie es ist, dann machst du mal einen Abzwieger und plötzlich wieder so eine Minute fünfzehn, fünfzehn, zwanzig. Dann nimmt er die zwanzig, heftet sie ab. Neue Minuten. Macht die bloß die wieder auf zwanzig, macht das dreimal, bis er eine Stunde hat und dann nimmt er all die alten Bits, die nie wirklich funktioniert haben, mischelt die noch zusammen zu 15, 20 Minuten, testet die noch mal, schaut dort, was passiert, kallt die Hälfte raus, klebt die 10 zu der 60 dazu, hat 60 bis 70 Minuten, nimmt das dann, geht ein Jahr auf Tour, macht auch wieder den Prozess von Expand und Bust und passt das an. Und ich denke, es macht für mich mega Sinn. Mhm. Ich weiss nur nicht, wie ich eine Minute zu fünfzehn, so zwanzig mache, weil ich ja nicht einmal zwanzig, ich habe ja nur fünf, sechs, sieben Minuten Open Mic Spots. Mhm. Macht man dann dort zum Beispiel drei sieben Minuten Bits und tut die aneinander kleben. Weisst du, der Schreiber sagt, wie ist es bei dir, sitzt du an und sagst, ah, ich teste, bevor ich überhaupt teste, weiss ich, wo die Struktur wird sein. Nein. Ich möchte die Themen nehmen, ich möchte, oder ich habe die Bits, die so halb funktionieren, vom letzten Mal, nimm die noch mit. Wie, wie kommt man von 0 auf 70 Minuten? Das ist so bei dir. Ich habe beim dritten Solo, so, habe ich, so eine fucking Epiphany gehabt. Da fahre ich in die Kalifornische Wüste, in das Viertel, wo ich gemütet habe. Und, dort ist das passiert, wo ich dann am Schluss vom Solo erzählt habe, wie ich, wie ich einfach allein in dem Auto bin und anfange zu flennen. Weil irgendwie, der ganze Druck und keine Ahnung was. Ich bin zum ersten Mal allein, sieben Wochen mit Charlie mit mir gehabt. Und ihm ist es nicht so gut gegangen, mir ist es auch sehr, sehr schlecht gegangen sogar. Und, äh, obwohl es eine schwierige Zeit war, habe ich nie flennen. Und danach hat, sitze ich in einem Auto und ich fahre in die Wüste raus und ich bin live am Freeway und dann hat es wie endlich loslassen können. So. Und dann flenne ich einfach so. und das ist natürlich dann der fucked up Teil vom Hirn, oder? Während ich flennen denke, ah, das ist der Schluss von meiner Show. Du bist schon, du hast schon die Kameras gesehen. Du so, hey. Nein, nein, ich bin voll den gesehen. Das heisst, ich komme an, mit schon einem klaren, mit schon einem klaren Ziel in dem Moment. Ich so, fuck, ich muss das schnell hinschreiben. Weil ich bin die ganze Zeit in der Wüste im Auto fahren gesehen, aber es so klar gesehen, dass ich das nicht vergesse. Also das heisst, ich komme wirklich an, ich mache den Laptop auf, ich so, okay, ich muss jetzt schnell den Schluss irgendwie, ich muss das irgendwie festhalten. Und dort habe ich noch mehr geschrieben geschrieben. Also habe ich wirklich so, geschrieben. Und dann bin ich eh gerade so ein bisschen im Mood gesehen. Und dann habe ich mal so ein bisschen angefangen, was habe ich eigentlich schon an Ideen. Und dort ist so wirklich, das ist so ein Magic Moment gewesen, wo ich so wirklich gemerkt habe, oh mein Gott, das kurze Ding, die drei One-Liner und die Geschichte, wow, boah, das kann ich alles zusammen tun. Boah, 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 boah. Und dann ist aus dem, die hast du auch mal gesehen, die Dating-Kino-Geschichte entstanden. Mein erster Date, wo ich mit zwölf, wo ich mit zwölf mit einer ins Kino gehe. Weiß ich nicht mehr. Und es ist dann halt wirklich, es ist dann alles zusammengekommen, so quasi, ah, ich kann dann, in dem Moment ist dann so, ich kann ja noch über das reden. Nämlich, ich habe irgendwie schon zwei, drei Jokes über mich als Teenager, da bin ich so, geil, die kommen rein, passt, weil das ist ja ich dann. Und dann so, ah, dort kann ich dann auch noch erzählen, wie ich an einer fucking Kinder-Party sie kennenler, äh, mit dem ganzen Zeug, irgendwie, was saufst du, ja, saufst du Fanta, und irgendwie, wir haben dann zusammen getanzt, nämlich so. Und das ist auch einfach irgendeinem so eine Notiz gesehen. Ja, ja. Und ich so, ah, okay, das heisst, ich kann dann auch die Nineties-References machen, von was ist für Musik denn aktuell gewesen. Das heisst, wenn wir so tanzen, läuft irgendwie Venga-Boys und, 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 und Lubega. Da, 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 da. Und so weiter, oder? Äh, und dort habe ich zum ersten Mal gesehen, wie Sachen zusammenkommen können, obwohl es einzelne Dinge sind. Das heisst, so wird dann auf einmal aus etwas, wo eine Minute da, drei Minuten da, wird dann auf einmal 10, 15 Minuten. Und, wenn ich es jetzt zum Beispiel gemacht habe, wenn ich Regie gemacht habe bei jemandem, was immer brutal hilft, ist halt wie ein, ich nenne es Dachverband. Und, dass du so einen Grund, wirklich sehr, sehr broad Thema hast, und in dem nimmst du dann deine Bits, wo du dann Bits kannst miteinander verbinden, und dann hast du aber auf einmal eine 15-Minuten-Bit. Okay, das habe ich bis jetzt schon gemacht. Eine 15-Minuten-Bit. Und das ist das, wo du als Support bei mir nach ein paar Shows angefangen hast. Ja, ja. Wo du auf einmal gemerkt hast, ah, jetzt sind wir in dieser Themenwelt. Ja. Das heisst, das passt dann noch rein, das jetzt hier nicht. Ja. Und so fordert es dann eigentlich an. Und mit dem natürlich eben auch, was gibt es noch für andere Angles, wenn du schon von dem redest, wenn du schon von dem redest. Das heisst aber nicht, dass es immer so ist. Ich habe nicht so eine klare Struktur wie Louis, die sagt, ich mache immer die 20-Minuten-Packchen, die ich dann auf die Seite schreibe. Ja, ich glaube, so klar ist sie bei ihm auch nicht. Aber es ist so, wenn du von Null an fährst, ist es keine schlechte Idee, zu sagen, ich mache eine Minute, und dann fünf, und dann sieben, und dann zehn. Genau, was mir beim jetzigen geholfen hat, ist, ich habe wie gewusst, okay, ich habe ein paar kurze, ich habe kurze Snappy-Sachen, die ich ja schon bei Mixed Shows und so gespielt habe, dass ich weiss, ich weiss schon mal, wie ich reinkomme. So. Mit dem habe ich den Anfang schon mal gesetzt. Ja. Und dann ist es wirklich ein Start-Bit, das jetzt aber auch schon mittlerweile, ich müsste mal nachschauen, oder nachhören, aber ich glaube so sieben, acht Minuten ist es jetzt. Das ist auch eigentlich einfach der Joke gewesen. Aber er hat sich einfach aufgelosen auf. Er hat sich einfach mit, ah, das ist noch dazugekommen, das ist noch neu. Fucking beim ersten Tryout, häkelt mich einer, sagt etwas, was fucking Gold ist. Und ich so, super, ab jetzt erzähle ich genau die Interaktion noch dazu. Und so wird es dann einfach aufbauen. Und ich, ich habe mehr das Problem, ich muss immer runter dampfen. Ich, jedes Mal. Jedes Mal denke ich, ja, jetzt bin ich ein bisschen, jetzt bin ich ein bisschen länger. Heisst aber, du schreibst einzelne Jokes und Ideen und Bits, wirklich so übers Jahr verteilt. Ja. Und sitzst du dann an und sammelst und sagst, okay, gut, das passt, die drei passen in das Thema, die drei passen in das Thema, und machst so Themen-Cluster und setzt es dann zusammen. Ja, aber ich mache mittlerweile nicht mehr so Themen-Cluster, das mache ich mittlerweile nicht mehr so. Sondern was ich jetzt gemacht habe effektiv, ist, ich sitze in Paris und habe zuerst den fucking Druck so, ich muss mir noch irgendetwas Lustiges überlegen, ich bin voll gestresst wegen dem, bis ich irgendwann sage, okay, machst du mal dein Programm auf und schiebst mal alles, was du gesammelt hast an Ideen, und das ist noch nicht geschrieben, das sind wirklich nur Ideen. Bei Bahnen weiss ich schon ein bisschen, aber es ist eine Story, das heisst, ich weiss so, okay, das ist der Rahmen der Geschichte, bei anderen ist es wirklich nur so eine Prämisse, oder irgendwie so. Und dann schiebe ich das alles in mein Schreibprogramm und dann merke ich, okay, ich habe irgendwie 350 einzelne Blöcke und ich habe irgendwie 130 One-Liner, viel zu viel. Und dann bin ich an den Tryouts gegangen, habe ich eben das kurze Snappy-Zeug am Anfang, das auch schon getestet und funktioniert, habe ich gemacht, und dann habe ich wirklich einfach, Stück für Stück, eigentlich jedes Tryout habe ich... Hast du noch mehr reingeschrieben? Nein, habe ich 30, 40 Minuten komplett anderes Zeug gemacht. Ah krass. Also ich habe eigentlich immer den Anfang gelassen und eben dort bin ich dann recht radikal, dort ist dann nicht so, ich hänge noch mega fest. Und wenn ich es nicht fühle, auch wenn die Leute nicht reagieren, aber ich habe Freude ab dem, dann probiere ich es nochmal. Aber wenn ich dann auch selber merke... Aber umgekehrt, wenn sie lachen und du fühlst es nicht, auch raus. Auch raus. Auch raus. Es ist wirklich... Ja, es muss wirklich... Es ist dumm zu tun, es muss wirklich vor Herzen kommen. Ja, ja. Wenn es nicht vor Herzen kommt, dann ist es einfach... Genau. Und ich fühle es und ich merke so, oh, eben in dem Moment passiert etwas. Oh! Ja! Wirklich? Und jetzt, ah, okay, da kommt Spielfreude und irgendwie... Oh, da kann ich noch... Da kann ich noch das machen. Und irgendwie... Ja, das packt einen ja teilweise. Tagentanker, wo du hinter rechts irgendwie rumgeschwirrt hast. Das Träumste ist, wenn du ein Bit zum ersten Mal machst und du findest es so geil und exciting und du performst es richtig gut. Ja. Und so nach drei Mal zieht es nicht mehr, weil du den Spice nicht mehr reinkriegst. Das ist das Träumste, wenn ein Bit richtig gut funktioniert beim ersten Mal, weil du dich darauf freust. Ja. Ja. Und dann, nachher merkst du so, fuck, ich krieg den Mood nicht mehr ane. Und dann musst du es köbeln, weil es nur einmal halt super fresh, super gut funktioniert hat und nachher das Excitement und das schiesst mich nicht alles an. Ich denk so, fuck man, das ist schon mal gut gewesen. Aber dort, dort do ich dann gerne riffen. Du bist an einem One-Night-Stand, wo ich nachher dann pup, dass die Person crazy ist. Fuck! Fuck, du bist gut im Bett, aber ich kann nichts mit dir anfangen. Aber dort habe ich das Gefühl, je länger man es macht, desto eher checkt man, eben, warum hat es beim ersten Mal funktioniert, warum dann nachher nicht mehr so. Voll. Und ich habe jetzt sogar an der Premiere habe ich ein paar Jokes und ein ganzes, also ein Bit kann man es nicht mehr sagen, es ist eine spezielle Nummer, wo ich noch nie, nie, nie irgendjemand mehr performt habe. Jesus. Einfach nicht. Du hast die Leute abgezockt, Alter. Weil ich es mir... Er verlangt den Ticketpreis für seine Premiere, er kommt zu testen. Der hat Daddy Mutzenbacher, Alter. Es ist dann eben, meiner Meinung nach, bei diesen Sachen ist es nicht zu testen. Ja, weil du weisst ja, ja. Es ist nicht mal, ich weiss, sondern ich glaube so fest daran. Wären wir wieder bei Jesus. Wenn du fest daran glaubst, wenn du fest daran glaubst, dann wird es zu 100 Prozent funktionieren. Ich frage mich, was denkst du, wie enttäuscht werden ein paar Menschen sein, dass wir heute eigentlich ernsthaft miteinander geredet haben? Hey, ich kenne mindestens einen, der sich eigentlich darauf gefreut hat, dass wir uns da wieder bekriegen. Aber ich habe es wie am Anfang schon gesagt, ich probiere, ich probiere, balanced zu sein, ich probiere, einen besseren, ich kenne es wie der Russell Brand vor dem Skandal. Ich probiere jetzt einen besseren, ich probiere jetzt einen besseren Menschen zu sein. Und ich glaube, ich bin ja mit der Einstellung da hergekommen, eigentlich tatsächlich eine gute Zeit mit dir zu haben. Ich glaube, das haben wir hergekriegt. Ich weiss, das wäre enttäuscht. Ich glaube, sie sind vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil es ist ein bisschen zu wenig Hitler und DJ Antoine vorgekommen. Es sind so ein bisschen, ich habe so ein bisschen zu wenig Dreadbull-Energy mitgebracht. Es ist aber natürlich auch zehn Uhr morgens gewesen und ich habe verpennt und bin dann da hergekommen, an den ersten Café da genommen. Aber ich habe es sehr genossen und vor allem... Likewise. Und vor allem habe ich mich eigentlich schon nur wegen dem Thema Schlaf ein bisschen gefreut, als ich gewusst habe, dass du verpennt hast. Und ich dachte, Verschläfen ist ja auch oft ein Zeichen von... Es war nötig. Verschläfen in dem Sinne nicht. Ich war um halb zehn Uhr wach gewesen. Ich habe mir Zeit genommen mit zehn Putzen um mich anziehen. Was auch gut ist. Ich bin um zehn Uhr aus dem Haus. Ohne Stress? Ja, ohne Stress. Du verkraftest ja. Sollte sowieso, das hat nichts Besseres zu tun. Sollte gar nichts Besseres zu tun. Du bist so herzlich. Trauriges Leben. Ja, ja. Nein, traurig ist es nicht. Schau mal, was du da erlebt hast. Zum Podcast, verdammt. Hä? Zum Podcast, verdammt. Ja, aber ich meine, du hast ja das Studium gebaut. Du bist ja selbst schuld. Genau. Selbstgewählschicksal. Ja. Du depressivisch Lachzange. Gut. Ja. Hey. Also für mich... Für mich reicht es eigentlich. Für mich auch? All the best? Nein. Ich habe mit dem ja eigentlich schon ein bisschen den Abschluss eingereitet. Ja, ja. Schon klar. Ich habe gedacht, ich zeige dir jetzt mal, wie es richtig geht. Also mach du die Verabschiedung. Verabschiedung? Ja. Ja, also in meiner Podcast-Erfahrungsverabschiedung wird immer mit zwei Segmenten begleitet, wo Snacktipp und Anschiss vor der Woche heisst. Das heisst, man kann es immer so super. Man weiss genau, wenn die kommen. Ja. Dann sagt man so, Toast Hawaii. Und es hat mich aufgeregt, dass ich gestern das Trämmchen verpasst habe. Mhm. Schön gesehen. Schön beim Föhnen. Äh... Keine Ahnung. Zieh den Helm an, wenn ihr f***t. Und äh... Gute Zeit und so. Nice. Ich finde, mit dem kann man auch raus. Zieh den Helm an, wenn ihr f***t. In dem Fall. Hey! Danke, dass ich da sein darf. Danke, dass du da bist. Du gehst ins Programm schauen. Du machst keine Werbung für mich. Kopf da mal, gehst ins Programm schauen. Ausser wenn ich Support bin. Dann... Dann... Ich weiss auch nicht. Dann wird's a wild ride. Ja. Weil ich mache nicht mehr so viele Open Mics. Ich weiss nicht, wie gut ich werde sein. Äh... Ich geh mehr Bandnudeln essen, als geh Jokes testen zur Zeit. Peace out. Danke. Danke, Christoph. Und bis bald. Oh. Formal Handshake. No, no. Warte, warte, warte. Du musst eigentlich noch... Du musst ja dann nach vorne schauen. Wo ist die Kamera? Die da. 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 Hard drag. Sprawl. Die da. Die da. Die da. Die da. Die da.